You're about to watch Honishwave, the totally legal and advertiser-friendly ugly little brother of Germany's most banned podcast in history. Listen to the OG Podcast live, Sunday, 6 p.m. Standard European. Good morning. Why are you Nichtwähler? Why are you gay? You are Nichtwähler. You are a transgender. Außerdem thematisch Thema werden wird Margarete Stukowski, die alte Antifa-Socke vom Spiegel. Die hat nämlich eine gemeinsame Pressekonferenz mit unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegeben. Nee, ich will nicht. Ich bin da, also ich hab das leider. Die quasi ein einziger Werbetrailer für die Impfung war. So viel also zur Staatssphäre der großen Medien. Dann werden wir uns noch beschäftigen mit der Migrantensituation in Österreich, die nämlich gerade zu eskalieren droht, in einer ähnlichen Art und Weise wie schon 2015. Ich werde euch da Zahlen zeigen von den illegalen Grenzübertritten und so weiter. Die werden euch die Socken ausziehen. Also wir haben das Niveau quasi schon wieder erreicht, was man in Österreich 2015 hatte. Ja, und die Debatte wird sich noch etwas hinziehen, beziehungsweise ihr werdet noch etwas warten müssen darauf, weil Martin momentan noch Internetprobleme hat. Und daher erstmal willkommen an meinen Kurs, Kasper. Ja, hallo Schlomo. Hallo liebe Zuschauer. Wie Schlomo gerade schon sagte, bei Martin ist so vor ungefähr einer Stunde das Internet komplett ausgefallen. und ja, er versucht, was er kann und wird sich dann hoffentlich irgendwann bei mir per Telefon melden und dann schalten wir ihn dazu und dann führen wir auch das Gespräch noch. Er meinte schon, wir hoffen das wirklich nicht, weil wir haben heute keine Honigwabe für zwei Stunden, sondern eher so für eine, vielleicht anderthalb. Er meinte aber, dass im Schwimmstall könnte man das nächste Woche nachholen, wäre halt doof, weil heute haben wir da nicht allzu viel. Damit konnte keiner rechnen, aber wisset, Martin tut, was er kann und ja, wir müssen alle in unsere Gebete einschließen. Ja, und ich meine, vielleicht schon als Schwenk zur Kritik, uns wird ja gerade vorgeworfen, dass wir hier quasi überhaupt keine Arbeit machen und einfach die Spenden abzocken. Das wäre jetzt kein guter Look direkt danach, weil uns der Gast flirten gegangen ist. Irgendwie so eine richtig spärliche Folge so. Ja, und damit kommen wir direkt zur Straftat der Woche und mit der viel Spaß. So, heute versuchen wir mal wieder die Straftat der Woche, so wie es anfangs mal gedacht war, von 60 Sekunden abzuarbeiten. Erklaute Ketel verging sich in Klinik an Frauen. Opfer sind 91 und 88 Jahre alt. Wer kennt diese Ekeltäter? In der Paracelsus-Klinik in Marel, NRW, sorgte er für ein unglaubliches Verbrechen. Mit einem geklauten Kittel gab er sich als Arzt aus und verging sich an zwei Patientinnen. Nach unfassbar perfiden Sexualstraftaten fahndet die Polizei Reglinghausen nach einem Mann. Er soll an zwei Tagen jeweils in den frühen Morgenstunden in das Krankenhaus geschlichen sein. Zuerst am 3. Ein weiteres Mal am 8. August. Jeweils ging etwa 4 Uhr morgens. Dort entwendete er zunächst seinen Arztkittel und gab sich gegenüber Patientinnen und Pflegekräften als Arzt aus. So die Polizei. Dann ging er in ein Krankenzimmer, täuschte vor, körperliche Untersuchungen vornehmen zu wollen. In Wahrheit nahm er sexuelle Handlungen an den beiden alten Damen vor. Das erste Opfer ist zur Tatzeit einer 90 Jahre alt gewesen. Fünf Tage später verging sich der Unbekannte an einer 88-Jährigen. Als sie ihm Hilfe rief, flüchtete der Täter. Kliniksprecher Florian Buri. Wir arbeiten seit Bekanntwerden des Vorfalls eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen und unterstützen die Ermittlungen mit all zu jung stehenden Mitteln. Gerade im Interesse der Betroffenen und ihrer Angehörigen hoffen wir auf einen baldigen Fahndungserfolg. Täter Beschreibung. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit Phantombild nach einem etwa 20-27 Jahre alten, 1,65-1,75 großen, schlanken, unbekannten, mit südeuropäischem Erscheinungsbild. Sie suchen also nach einem Spanier. Zum geklauten Kittel trug er eine dunkle Kappe, Jeans oder dunkle Krankenhaushose und schwarze Sneakers. Der mutmaßliche Vergewaltiger hatte einen Dreitagebart. Das war 1 Minute 21, besser als nichts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und vergesst nicht, was damals in Chemnitz los war. Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet. Das war nicht geplant, Freunde. Gerade eben ist Martin dann doch noch zu uns gestoßen. Und damit begrüßen wir Martin Muczarski, einen der größten Schlagersänger des Universums. Wir freuen uns sehr, lieber Martin. Ich freue mich, ich freue mich dabei zu sein. Schön, dass das mal geklappt hat. Ich hatte ja in der Vergangenheit immer mal wieder von Freunden, die euch zuhören, gehört, ja, ihr müsst mal unbedingt was mit denen machen. Schön, dass das jetzt so zustande gekommen ist. Und das war jetzt echt, ja, richtig, richtig kacke mit dem Internet. Also wirklich, wir hatten ja gerade noch das Gespräch und ja, zack war es weg und jetzt ist es wieder da. Ja, das war ganz bitter. Aber das Gespräch war trotzdem schon gut. Du hast uns nämlich erzählt, dass du heute oder gestern, ich habe es schon ja vergessen, hast du wohl drei Kilogramm Pult Pork zubereitet mit zwei Freunden zusammen und die dann auch direkt verspeist. Das ermutigt mir Respekt ab. Ja, mir auch. Meine Frau hat dazu noch Kartoffelpüree gemacht. Also das waren dann insgesamt mehrere Kilo Nahrung, die wir da zu uns genommen haben. Ja, aber was tut man nicht alles in der Zeit, wo man uns versucht zu nötigen, Strom zu sparen. Das ist so meine Form des Protestes. Also ihr müsst wissen, so Pult Pork kostet 24 Stunden im Ofen, also muss 24 Stunden im Ofen garen. Ja, und da geht ja hier, ne, das ein oder andere Atomkraftwerk in die Knie bei, ne. Ja, nee, aber war lecker, ne. Also ich mache gerne Pult Pork. Ja, die ein oder andere Schweinefamilie ebenfalls. Ja, ne, und ich sage mal, ich mache ja Pult Pork super, super gerne und mindestens so gerne, wie ich Schlager mache. Und ja, ich finde das übrigens mega, mega geil von euch, dass ihr das ja so promotet, also dass ihr das so, ja, ans Volk bringt. Ne, also ich bin schon ganz beeindruckt, also hier, dass das, ja, mein dritter Schlager ist das ja mittlerweile. Der hat jetzt seit gestern irgendwie 10.000 Klicks und, ja, das innerhalb der ersten drei Wochen, das ist schon schön, ne. Also das ist, ja, macht mich glücklich. Aber der ist halt auch saugeil, ne. Ich gebe euch nochmal kurz den Anfang des Refrains. Baut, baut, baut ne Mauer um das Scheißloch Berlin. Ich kann eigentlich mit Schlager nichts anfangen, aber das Ding, das bleibt im Kopf. Ich habe jetzt seit mehreren Tagen Ohrwurm. Ich erwische mich auch manchmal dabei, wie ich das so vor mich hinsumme oder so leise vor mich hinsinge. Ja, das ist, ja, das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Ich glaube, wir hatten es eben ja gerade mal erwähnt, also da müssen wir von der, ich sag mal, ich bin ja Bestandteil der, wenn ihr so wollt, Libertären-Szene. Und da ist halt aufgefallen, also wie nimmt man die Libertären eigentlich so von außen wahr? Und ja, das, was ich so mitkriege, ja, wir wirken auf die meisten Menschen eher so verkopft und schmeißen mit Argumenten um uns herum. Und ja, so kann es halt nicht funktionieren. So findest du keine Leute, die dir zuhören und da machen uns die Linken ja was vor. Ich meine, die haben im Prinzip keine Argumente, die haben im Prinzip keinen logischen, klaren Gedanken, aber die haben halt unheimlich gute Propaganda, ja. Und man muss, ich weiß, Schlager ist nicht jedermanns Sache, aber nichtsdestotrotz muss man sich auch eingestehen, Schlager füllt Stadien, ja. So, die meisten Leute hören halt Schlager. Bitte, bitte nicht. Alles gut, wir hören dich. Ja, alles gut. Lass dich nicht ärgern, alles gut. Ich habe nur so Geräusch gehört, ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich wieder weg, ne. Das wäre natürlich super schade gewesen. Nee, wie gesagt, also die Idee ist dabei halt irgendwie, weiß ich nicht, wie gesagt, Propaganda zu machen. Und Propaganda funktioniert eben, wie man so schön sagt, über das limbische System. Und ja, das ist das System, das für Emotionen verantwortlich ist. Und ich denke, ja, wenn ich es irgendwie schaffe, irgendwelche Leute mittels einer Melodie zu einer Botschaft zu bewegen, das ist jetzt in dem Fall Berlin. Ich will ja nicht wirklich, dass man da eine Mauer drum baut, aber ich denke, es kommt ja schon zu. Aber ich werde da durchaus Tür zu haben. Also ich will vorher noch raus. Ich will straight up die Mauer von Ost nach West wieder hochziehen. Nur halt diesmal, dass wir den Westen draußen halten. Ja, ja, wahrscheinlich, ja, nee, ist so. Eine Lösung. Martin ist sehr leise, lese ich im Live-Chat. Also Schummo, falls du, Martin, nochmal Mühe geben kannst. Ich kann mal ein bisschen an meinem Regen... Ich hab das hier unter Kontrolle. Nein, nein, ich hab... Ah, wunderbar. Perfekt. So, jetzt bist du... Martin, ganz kurz, du sagtest, dein dritter Schlager. Das heißt, du hast... Also, deine Schlagerfahrung, die ergreifst du nicht auf irgendwie 20 Jahre zurück, sondern du machst Schlager seit was? Jetzt einem Jahr oder wie? Nee, 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 das ist schon ein bisschen länger. Also ich muss dazu sagen, ich bin also absolut nicht Musiker. Also ich kann keine Noten lesen und ich kann auch... Ich kann nicht mal unfallfrei Triangel spielen. Also ich hab mit Musik eigentlich nichts am Hut. Ich kann eigentlich nicht singen. Ich war nie im Kinderchor, hab nie Blockflöte gelernt und so. Und ich, ja, wie gesagt, ich arbeite ja bei Eigentümlich frei, bin hier Redakteur. Und da, weiß ich nicht, da hatte ich irgendwann mal diese in Anführungsstrichen Schnaps-Idee. Ja, man müsse doch Schlager machen. Ja, also hier mein erster Schlager ist, heißt drei Worte wie ein Gedicht, Steuern sind Raub. Und der zweite ist hier, ich bleibe dabei, ich lieb CO2. So, das waren halt so Themen, die mich irgendwie bewegt haben. Und ich hab gedacht, ja gut, die muss man irgendwie versuchen mittels, wie gesagt, dieser Propagandatechniken an den Mann zu bringen. Und das Beste, was mir passieren kann, ist, wenn so ein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Klimajünger dieses Lied hört und es dann nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Ja, also das ist ja das, das vertrackt an so einem Ohrwurm, ja, ob man es mag oder nicht, ne, es bleibt im Kopf. Ja, und unter Umständen kriegt man da was halt umgedreht, ne, also das ist halt Mutter des Gedanken, so, ne. Zu dem? Wie gesagt, also das mach ich jetzt ein paar Jahre. Ich glaube, meine ersten Schlager sind jetzt erschienen vor ziemlich genau zwei Jahren. und ich muss dazu aber auch sagen, ich hab zwei Jahre gebraucht, um die überhaupt erst zu produzieren, ja. Also ich kann, wie gesagt, keine Noten lesen, keine Noten schreiben. Ich hab dann halt hier mein Handy genommen, hab da reingesummt, hab da reingesungen und ich hatte dann einen guten Freund. Die Stahlfeder, vielleicht kennt ihr einen oder andere, die Stahlfeder. Den Namen kenne ich, ja. Also der hat auch bei euch, oder der hat zumindest mal bei euch ein Format gemacht auf YouTube, ne? Oder zumindest hat er die Texte dazu beigesteuert. Der hat mir die Texte für die alternativen Nachrichten seinerzeit geliefert und der hat mir auch geholfen, eben diese beiden Schlager eben in die entsprechende Form zu bringen. Also der kannte dann eben auch einen Musikproduzenten, der das dann entsprechend professionell umgesetzt hat, ja. Und der hat dann auch hier, ich sag mal, die ein oder andere fehlerhafte Stelle in meiner Komposition auch ausgebügelt, sodass es sich dann auch wirklich gut anhört. Und ja, ja, wie gesagt, äh, das mach ich jetzt so hobbyhalber nebenher, um eben, wie gesagt, dem, der libertären Idee, wenn man so will, so ein bisschen Ausdruck zu verleihen und vielleicht auch zu vermitteln, dass wir nicht nur irgendwelche halbautistischen, ähm, ich sag mal, äh, Argumentationsschleudern sind, ähm, die mit dem richtigen Leben nix am Hut haben, ne? Ja. Beschwerden nach wie vor Martin wohl zu leise schlummern. Bitte sag mal kurz was, Martin. Du müsstest mal an uns gucken, dass sie noch ein bisschen hoch regelt, da beschweren sich mehrere. Ja, auch. Lass kurz Martin reden. Irgendwas sagen. Ja, äh, soll ich weiterreden? Also ich bin, eigentlich passiert gar nichts. Es sieht genauso laut aus wie wir, aber ich mach ihn noch lauter. Okay. Ja, ja, ja. Test, Test, eins, zwei, drei. Eigentlich hab ich ein relativ lautes Organ. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, du hast wahrscheinlich von dem Mikrofon gedroht. Aber lass uns unbeirrt weitermachen. Du hast schon angesprochen, du arbeitest bei Eigentümlich frei, du bist der Redakteur. Aber du hast schon angesprochen, dass du Libertärer bist. Kannst du mal ganz kurz für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal davon hören. Also passenderweise dein erster Schlager war es, glaube ich, der hieß Steuern sind Raub. Also das ist so ein Motto, was man von den Libertären kennt. Ich selber bin da nur marginal drin. Libertäre sind für mich so ein bisschen Anarcho-Kapitalisten. Ist das korrekt? Vielleicht mal drei, vier Sätze. Was heißt es, ein Libertärer zu sein? Was willst du von der Welt? Ich will im Prinzip meine Ruhe. Ich will in Ruhe gelassen werden. Da gibt es ein schönes Zitat von Roland Bader. Und der sagt ja, das einzige Menschenrecht ist im Prinzip in Ruhe gelassen zu werden. Und das ist eigentlich auch schon alles. Mich interessieren die Lebensentwürfe anderer Leute nicht. Also ich wäre jetzt nicht jemand, der sagen würde, hier, wir müssen Kommunismus verbieten. Ich finde, jeder sollte sich seine Lebensform wählen können, wie er möchte. Also wenn es da irgendwelche Kommunisten gibt, die ihre kommunistische Kommune gründen wollen, dann bitte lasst diese Leute ihre kommunistische Kommune gründen. Und die sollen von mir aus drei, vier, fünf, sechs, sieben, achthundert Mal scheitern mit ihrem Scheiß. Ich will nicht mitmachen. Und wenn jetzt jemand, das wollen ja jetzt die meisten, die wollen irgendwie Demokratie, wollen abstimmen, dann will ich denen das auch lassen. Aber ich möchte nicht verantwortlich gemacht werden für die dummen Entscheidungen anderer Menschen. Und ich möchte andererseits auch nicht, dass Leute, ich sag mal, in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ich dumme Entscheidungen fälle. Das ist im Prinzip schon alles. Und ich sag mal, ja, wie du gesagt hast, ich bin Anarchokapitalist, wenn du so willst, also eigentlich Anarchist. Und Anarchismus heißt ja im Prinzip nichts anderes als Herrschaftslosigkeit. Also ich möchte nicht beherrscht werden von niemandem, auch nicht demokratisch legitimiert. So viel in aller Kürze. Ich hab da schon mal einen kleinen hasserfüllten Punkt zu. Wir sagen hier gern den Hass. Du hattest ja angesprochen, dass du diesen Schlager gemacht hast, weil du denkst, dass die Linken mit ihrer Propaganda, wenn man so will, geschickter sind. Ich würde da den Punkt draufsetzen, dass das wahrscheinlich so ist, weil sie ein realistisch menschenverachtendes Menschenbild haben. Zumindest was ihre Außenarbeiter betrifft. Sie haben halt verstanden, dass die meisten Leute, und ich meine die meisten Leute, halt eigentlich so komische Zombies sind, die überhaupt keine eigene Meinung haben, überhaupt kein Interesse daran haben, was überhaupt passiert. Und dass man die halt durch irgendwelche simplen Gefühlsregungen halt so lenken kann in Richtung A, B, C, ohne dass sie überhaupt rational darüber nachdenken. Weil es interessiert sie nicht mal und sie wäre nicht mal dazu in der Lage, selbst wenn es sie interessieren würde. Wenn wir von so einem Menschenbild ausgehen, wie soll das denn funktionieren mit einer Herrschaftslosigkeit? Diese große Masse von Leuten, die muss doch beherrscht werden von irgendwem, die will es ja auch gar nicht anders. Ich weiß nicht, ob sie beherrscht werden will. Ich glaube, die große Masse, wie du schon richtig sagst, die wollen im Prinzip nur in Ruhe gelassen werden. Nee, 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 die wollen irgendwelche wohlklingenden Slogans hören über die Liebe und das Klima und so weiter und sich dann gut fühlen, wenn die da irgendwo einen Stimmzettel bei den Grünen reinwerfen. Die wollen nicht in Ruhe gelassen werden. Die wollen halt so ein Lebensgefühl vermittelt bekommen und eigentlich, dass die Entscheidungen von oben über sie getroffen werden. Meinst du? Das weiß ich nicht. Das ist das, was man denen jetzt gewissermaßen vorsetzt. Aber wie du richtig sagst, Masse kann gelenkt werden. Und in welche Richtung man eine Masse lenkt, das hängt davon ab. Momentan sind es eben die Sozialisten, die eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Deutungshoheit über alles haben. Aber ich möchte mal an die 90er Jahre erinnern. Ich bin ja jetzt schon etwas über 40 und das Lebensgefühl in den 90er Jahren, also vielleicht auch noch in den 80ern und in den Jahren davor. Das war ja ein völlig anderes als das, was wir jetzt haben. Ich erinnere mich noch gut daran, ich hatte einen Freund in der Nachbarschaft und dessen Vater, der wurde irgendwann, ich weiß nicht, Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er wurde der arbeitslos. Die Firma ist pleite gegangen. Das war seinerzeit ein, das war richtig ein Thema. Also, dass der auf einmal arbeitslos ist, ja, der muss sich doch jetzt aber schnell einen neuen Job suchen. Ja, also, dass da irgendjemand gesagt hätte, oh komm, hier, Vater Staat ist für den da, der kümmert sich schon um den. Das war damals noch nicht der Fall. Das hat sich innerhalb der letzten, ich sage mal 20, 25 Jahre, eigentlich so seit 1998, als Rot-Grün hier die Macht übernommen hat, ja, da hat sich das geändert und dieses, wie soll ich sagen, dieses Anspruchsdenken der Bevölkerung, das hat natürlich massiv zugenommen. Das war in den 80er, 90er Jahren noch nicht so. Und ich sage, wie gesagt, ich komme aus der Propaganda. Ich habe seinerzeit Kommunikationsdesign studiert und weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, man kann Menschen wirklich in alle möglichen Richtungen lenken. Und das ist jetzt auch zum Beispiel mein Versuch mit meinen Schlagern. Ich bin halt auch nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Ja, ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeiten, aber es ist halt meine Möglichkeit, eine Idee zu transportieren. Und die versuche ich eben mittels einer, ja, wie gesagt, emotional aufgeladen, mittels einer Melodie und eines, ja, hoffentlich amüsanten Textes. Und, ja, wie gesagt, ich versuche die Leute dann eben auch von meiner Idee diesbezüglich zu überzeugen. Und das kann gelingen. Ja, also die Masse lässt sich in Anführungsstrichen schon bewegen. Ja, also ihr müsst euch mal, du hast ja vollkommen recht, du hast eine Masse, das sind, sagen wir mal, 80 Prozent. So, und dann hast du aber noch auf den Rändern, dann hast du auf der einen Seite die, ich sage es mal so, Fundamentalisten. Das sind die Leute, die das jetzt gerade herrschende System, also mit Biegen und Brechen verteidigen, die wahrscheinlich auch ihre eigenen Vorteile aus diesem System ziehen. Und dann hast du auf der anderen Seite eben die Dissidenten oder die, ja, wie soll ich sagen, also eben die Leute, die jetzt gerade so auf die Straße gehen, die, wenn du so willst, Systemkritiker. So, und wir befinden uns gerade, und das finde ich hochinteressant, wir befinden uns gerade hier in Deutschland in, ich würde es fast schon sagen, in so einer Art Zeitenwende, weil nämlich der Rand derer, die dieses System wohl kritisch sehen, immer größer und größer wird. Und ich meine, in der Soziologie gibt es den Begriff der kritischen Masse. So, die kritische Masse, das ist so ein, ja, ich weiß nicht, also das sind so 20, 25, 30 Prozent der Bevölkerung. Wenn die sich von einem System verabschieden, also wenn die sagen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, ja, dann kommt dieses System enorm unter Druck und kann tatsächlich auseinanderbrechen. So, oder es muss zumindest dieser kritischen Masse dann Zugeständnisse machen, um überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise weiter existieren zu können. So, das ist sogar, wenn jetzt, ich sage es dir jetzt einfach nur auf die Straße gehen, das wären drei oder vier Prozent, ja, drei oder vier Prozent der Menschen, die auf die Straße gehen würden, würden dieses System tatsächlich in eine arge Bedrängnis bringen, ja. Dann gab es neulich erst einen Artikel, ich weiß gar nicht, wo habe ich den gelesen. Ihn habe ich gelesen. Ich weiß da nicht mehr, bitte schön. Warum entführen Sie die AfD-Demonstranten und so weiter, ne, mit Bussen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Zentrum für politische Schönheit und möglicherweise legen den Bahnverkehr lahm mittels Sabotage, damit sie halt nicht zu dieser Demo da kommen können in Berlin, klar. Ja. Das macht Ihnen schon Angst? Ja, natürlich macht Ihnen das Angst. So, und ich sage ja auch, die Masse, von der wir jetzt gerade reden, also von diesen 70, 80 Prozent der Bevölkerung, die da in Anführungsstrichen eher nur mitschwimmt, ja, die kann eben auch in eine andere Richtung mitschwimmen. Deswegen ist das, ja, ich sage mal, das Demonstrationsgeschehen hier in Deutschland, für dieses System so unheimlich gefährlich. Ja, also wenn du Bilder publizierst, ja, von Massen, von Millionen von Menschen, die auf die Straße gehen, dann fängt ja bei den Leuten, die ja eigentlich nur der Bequemlichkeit halber zur Mehrheit gehören wollen, dann fängt bei denen natürlich auch der Denkprozess an. Die sagen dann, oh, da sind ja viele Leute auf der Straße, die haben wohl ein Problem mit dieser Regierung. Ja, so, und dann beginnt eigentlich in den Leuten, ohne dass sie jetzt großartig darüber nachdenken, vielleicht auch so eine Art Denkprozess, der dann dazu führt, dass die Dinge, so wie sie jetzt hier gerade laufen, eben nicht die Besten sind. Ich weiß nicht, ob wirklich ein Denkprozess dann beginnt. Ich würde eher sagen... Nee, nee, du hast recht, es ist kein Denkprozess, es ist mehr ein Gefühl, was sich da bei den Leuten einstellt. Aber das ist ja auch schon, mehr braucht es ja auch gar nicht. Genau, und dann können sie halt alle die AfD wählen, und dann wird alles gut, ne? Ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Dazu kommen wir gleich, ich muss euch ganz kurz bremsen, denn ich habe schon ein paar Superchats gesehen, konnte noch keinen einzigen lesen. Es kann aber sein, dass die Fragen an Martin enthalten. Darum will ich vorwarnen, wir haben vergessen das vorhin zu erwähnen, Martin wird nur so ab jetzt noch eine halbe Stunde oder sowas bei uns sein. Der ist bei dem Rest des thematischen Parts nicht mehr dabei, bei den Superchats auch nicht dabei. Von daher würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Wir machen kurz die, wir machen kurz heuer mit dem Messer. Ziehen das vor. Wir können das auch danach machen, wir können es danach machen. Ach so, wir müssen uns besprechen? Okay. Genau. Alles klar, dann machen wir auch mit dem Messer. Und dann kommen wir wieder, wir sprechen auf jeden Fall darüber, ob es sinnvoll ist zu wählen oder ob es sinnvoll ist, nicht zu wählen. Da hat Martin eine andere Meinung als wir, und alles weitere werden wir dann klären. Alles klar, diese Woche von Wheelchair Lady, viel Spaß. Es ist Zeit für Hauer mit dem Messer, und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Düsseldorf, Düsseldorf, Erschweiler, Flensburg, Frankenthal, Frankfurt Frankfurt, Fächschen, Freising, Gabsen Giesengreiswald hab ich bald am Burg Hamburg, Anruf, Heilbronn, Erfurt Hildenhude Dieser Lohnkaisers Laut an Gasse Kielkirch an Göln, Göln, Kunst Kunstberg, Leer, Lübeck, Lübeck Magdeburg, Mannheim in der Mönchengladbach Mönchengladbach, Möfelden, Mühldorf München, München, Neumünster, Oldenburg Sanzeburg, Rostock Senden Siegmaringen Stuttgart, Sulbesling Wilhelmshafen, 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 Wil Belegte, das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Zwei davon waren Tötungen, 28 Angriffe und 35 Bedrohungen. Unter den in der Presse genannten Tätern, und das ist, glaube ich, auch ein neuer Rekord, waren diesmal 13 Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen drei, die gebrochenes Deutsch sprachen, einer, der Deutsch mit einem ausländischen Akzent sprach, drei Marokkaner, ein Algerier, ein Türke, ein Albaner, ein Dunkelhäutiger und einer, der Albanisch sprach. Außerdem unter den Tätern war einer, der akzentfrei Deutsch sprach, ein Deutscher, ein Georgier und einer mit einem osteuropäischen Akzent. In allen anderen Fällen gab es, wie immer, überhaupt keine Hinweise in der Presse oder den Polizeiberichten zu der Ethnie des Täters. Das waren, wie immer, die nackten Fakten, und das war Hauer, Matteo Messer. Und damit weiter im Text. So, da sind wir wieder. Jetzt noch mal die Warnung. Wer jetzt wirklich konkret eine Frage an Martin hat, wir werden da nur zwei, drei, vier behandeln können oder so, weil sonst zieht sich das Ganze zu lang, dann möglichst jetzt zeitnah einen super Chat schicken mit dem Anfang direkt Martin, dass da direkt als erstes Wort Martin auftaucht, und dann eure Frage oder euren Gedanken oder was auch immer ihr habt. Und wenn nicht, ist das sogar kein Schlimm. Ihr könnt uns später noch zuballern und Fragen stellen, dann würde der Martin nicht mehr dabei sein. Dann gehen wir jetzt über zu dem Thema Wählen. Das ist ganz witzig, denn der Martin, der hatte ja quasi einen Shoutout gemacht und meinte, ja, Mensch, wenn wir nicht mal was zusammen machen könnten, wäre ganz cool. Ich habe ihn daraufhin kontaktiert und dann haben wir ausgemacht, ja, alles klar, er kommt dann mal zu Gast. Und ich bin der Meinung, wir hatten lose irgendwie so ein Thema im Raum. Es vergehen zehn Tage oder so und ich höre auf dem Weg nach Hause, wie eigentlich jeden Tag, Martin, ja, bei mir ist Feierabend meistens so um 15, 30, 16 Uhr und dann ist bei Martin auch offensichtlich Upload-Zeit. Ich glaube, so um 14, 30, 15 Uhr kommen deine Videos immer. Und ich glaube, es war das Mittwoch- oder Donnerstagsvideo, wo du erzählst, ja, ich bin ja nicht weder und so, ich halte von mir. Und ich denke mir, Alter, darüber werden wir reden, genau darüber werden wir reden. Und ich glaube, am selben Tag schickst du eine Nachricht und sagst du, hey, wollen wir nicht darüber reden, dass ich nicht wähle? Ja, dann sind wir hier alle. Martin, du wählst nicht. Was verstehst du davon? Erzähl uns, erzähl uns mehr. Naja, zunächst einmal, der Begriff der Wahl, der ist ja erst einmal Bullshit. Also, das ist zumindest mein Eindruck. Also, man sagt den Leuten, ja, Leute, ihr geht zur Wahl. So, und was ich unter einer Wahl verstehe, wenn ich auf Malle vorm Buffet stehe, mir dann Schnitzel nehme, da Tintenfischringe drauf packe und das Ganze noch mit Hackfleisch so garniere, dann ist das eine Wahl. Dann habe ich das, was ich mir da eingebrockt habe, selber auszulöffeln, beziehungsweise selber zu essen. Und wenn ich keinen Bock mehr darauf habe, dann schmeiße ich es weg. So, was wir hier haben, das ist ja nichts anderes als eine, wenn du so willst, Kampfabstimmung. Ja, das ist Bürgerkrieg ohne Waffen, hat gestern ein Freund von mir gesagt, fand ich sehr schön, den Begriff. Das heißt, ich wähle ja gar nicht. Wenn ich jetzt wüsste, okay, da gibt es 20, 30, 40, 50 Parteien und ich kann jetzt eine von denen wählen, die mich dann regiert, wenn ich denn unbedingt regiert werden will. Ja, dann wähle ich die und dann regiert mich nur diese eine Partei. So, und dem ist ja nicht so. Also dich individuell quasi, weil das Problem ist halt, hier leben halt 80 Millionen Leute, insofern, also es kann ja nicht jeder von seiner eigenen Partei. Ja, das ist ja das Schal, das ist ja das Doofe. Jaja, also vielleicht in einer idealistischen Welt, aber ich war eine realistisch betrachtet. Keine Ahnung, wie soll man das bewerkstelligen? Gar nicht. Also wie gesagt, ich bin ja kein Freund von Demokratie, beziehungsweise ich bin ja ein Freund von, ja, wie soll man sagen, also das sind ja auch die meisten Libertären. Die meisten Libertären sind eben Freunde der Dezentralisierung, also sind Freunde davon, dass eben Entscheidungen, die getroffen werden, eben möglichst subsidiar getroffen werden. So, und jetzt haben wir natürlich ein völlig anderes System. Wir haben ein System, das ist also absolut zentralisiert. Im Prinzip wird jetzt alles aus Berlin-Brüssel entschieden und wir haben längst nicht mehr die Wahl. In keinem anderen Punkt und uns jetzt zu suggerieren, also allein durch den Begriff, durch diese Begrifflichkeit, dass wir ja wählen können, was ich eben, wie gesagt, verneine. Es ist keine Wahl, es ist eine Abstimmung und allein dadurch, dass man uns, ja, wie soll ich sagen, diese Suggestionen um die Ohren donnert, dass wir ja die Wahl hätten, wenn wir ja nur ein Kreuzchen machen, ja, können wir mitentscheiden und so weiter. Das ist das Perfide daran. Gut, gut. Ich würde halt gerne auf eine pragmatischere Ebene gehen, halt. Wie können wir wirklich hier Veränderungen herbeiführen? Und folgende Frage zum Anfang. Weißt du aus dem Kopf, von mir aus auch grob, wie viel Prozent die AfD bei der letzten Bundestagswahl hatte? Ich meine, das waren 8,9. Naja, das waren 10,5, glaube ich, ne? Es war so gut die 10 geschafft. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Nichtwähler es bei der letzten Bundestagswahl gab? Ja, es waren über 40, meine ich. Ah ja, du weißt das dann tatsächlich. Interessant. Weil die allermeisten Leute, würde ich behaupten, würden wir jetzt direkt... Das ist die einzige Zahl, die mich freut. Die Anzahl der Nichtwähler, die sich sagen, was für ein ekelhaftes, entwürdigendes, widerliches System, in dem wir hier gerade sind, ja, und an dem sie einfach nicht mehr mitmachen wollen, ja? Gut, gut. Das Problem ist folgendes. Die allermeisten Leute hören diese Zahl der Nichtwähler und sie ist ihnen scheißfucking egal. Vollkommen egal. Sie ziehen da auch keine Informationen raus. Sie denken da nicht, oh, diese Leute sind so politikverdrossen. Die denken halt einfach nur, okay, ein paar Leute interessieren sich offenbar nicht für Politik, vielleicht etwas mehr Bildung an den Schulen, die Leute etwas politisieren, vielleicht würde das helfen, das denken die sich. Wenn die AfD auf 25 Prozent ist, dann denken die sich, oh, die ernsthaften Gegner von diesem System, wie wir es momentan haben, die werden viel mehr. Das sind nicht irgendwelche, irgendeine versprengte Randgruppe, irgendwelche komischen kleinen Neonazis, da Radikalinskis zu Hause, sondern das ist ein Viertel der Gesellschaft. Das kommuniziert etwas. Die Zahl der Nichtwähler kommuniziert nichts. Das sehe ich halt anders. Also ich sehe schon deutlich einen Trend und dieser Trend, der setzt sich ja seit Jahrzehnten fort. So und das ist natürlich sogar, sogar im Mainstream ist das ein Thema, dass die Medien hier und da an dieser, jener Stelle vielleicht mal aufgreifen und sagen, ja, offenbar sind die Leute ein bisschen, ja, ich sag mal, abgeschreckt worden von der Politik. Ich meine, ihr müsst euch mal vor Augen führen. Wir haben jetzt in diesem, ja, es haben glaube ich vier Landtagswahlen stattgefunden, zwei davon mit Negativ-Rekordergebnissen, was die Wahlteilnahme angeht. Und da kommt es natürlich auf jeden Einzelnen an, der die Entscheidung getroffen hat, nicht wählen zu gehen. Also ich sprach ja eben von der Kritik. Martin, ganz kurz, wozu führt das denn am Ende? Also jetzt kommst du an den Punkt dann, dass es meinetwegen bei irgendeiner Landtagswahl gibt es, bei allen Landtagswahlen gibt es 95% Nichtwähler. Glaubst du wirklich, dass sich dann SPD und Co. sagen, oh, dann müssen wir mal das ganze System überdenken, wir sind gar nicht legitimiert worden. Ich sage dir, wenn 50 Menschen abstimmen und von denen stimmen 28% für die SPD und so weiter, dann reagieren die hier durch, ohne Probleme. Das ist so egal, wie denen ist, ob du ein Kreuzchen machst oder nicht oder ob, ich glaube du hast das vorhin suggeriert, ob nun die Grünen regieren oder die SPD oder vielleicht auch die CDU. Es ist am Ende sowieso die gleiche Soße, weil die Entscheidungsträger, die arbeiten auf ganz anderen Ebenen, das interessiert den noch nicht. Die machen genauso weiter und nach außen, wenn sie gefragt werden, naja, wir können nicht dafür, dass so wenig Leute wählen, wir würden uns auch wünschen, dass wir wählen, aber wir wurden halt gewählt. Und jetzt verzichtest du bitte auf das Steak und ersetzt das durch ein leckeres Brötchen gefertigt aus Kakerlakenmehl. Ich sage ja, nicht wählen ist ja nicht die Lösung. Das habe ich ja auch nie behauptet. Also nicht zu wählen ist ja, wie gesagt, nur Ausdruck dessen, dass man mit diesem System nicht einverstanden ist. Die zweite Frage ist, was unternimmt man? Und da bin ich jetzt beispielsweise der festen Überzeugung, dass es doch wesentlich sinnvoller wäre, so wie jetzt im letzten Winter geschehen, dass die Leute in großer Zahl auf die Straße gehen. Ja, aber die Leute werden das dann nur mitbekommen durch den Filter der Medien. Dieses Wahlergebnis, wenn da die AfD auf 30 Prozent ist, wo du ja gerade davon sprachst, dass das die kritische Masse quasi wäre, wenn die Leute merken, dass 30 Prozent nicht mehr auf der Seite des Systems sind. Was das bedeutet, die AfD zu wählen, dann ist Polen offen. Das kann man damit simpel kommunizieren und davor haben sie auch Angst. Die Medien sagen eigentlich die ganze Zeit, oh bitte geht wählen, bitte geht wählen, bitte auch ihr Politikverdrossen, bitte wählen gehen. Nein, die sagen die ganze Zeit, wählt nicht die AfD. Die sind die Schlimmen. Ja, das stimmt. Das haben die tatsächlich vor ein paar Jahren noch anders gemacht. Da war es tatsächlich so, dass die Politiker die Leute aufgerufen haben, zur Wahl zu gehen. Und damals auch wirklich ohne den Zusatz wählt nicht die AfD. Ich meine, vor ein paar Jahren war es eben noch der Umstand, dass, wie gesagt, Politiker das getan haben, die Leute zur Wahl aufgerufen haben. Jetzt ist das tatsächlich nicht mehr so. Also da hat sich tatsächlich was verändert. Nur ich wollte jetzt vielleicht noch mal auf diese Zahl, die du da genannt hast, eingehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, 40 Prozent Nichtwähler. Und ich halte es für einen Trugschluss, dass diese 40 Prozent Nichtwähler, wenn sie denn wählen gehen würden, alle automatisch die AfD wählen würden. Ja, auf keinen Fall. Nicht alle, aber ich denke, ein großer, großer Teil von denen. Also, wenn ich nur die Pistole an die Schäfe setze und sage, jetzt wähle, dann wählst du ja sicherlich auch die AfD. Dann wähle ich, was weiß ich, dann wähle ich die PDV. Ich war ja mal Mitglied in einer kleinen, libertären Partei. Achso, ja gut, aber das ist ja nur nicht wählen durch Umwege. Das ist ja nur Stimme wegwerfen. Doch, ich will mit Extraschritten. Das wäre dann ja tatsächlich meine Wahl, weil eben diese Partei, das ist, was... Die großen Parteien. Okay. Bitte? Knarre an der Schläfe. Die großen Parteien. Welche? Die Parteien im Bundestag. Dann würde ich wahrscheinlich die Grünen wählen, damit der Laden hier umso schneller... Martin ist ein Aal. Ich weiß genau, worauf ihr hinaus wollt, aber ich möchte jetzt mal einen anderen Gedanken in den Raum werfen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, 95 Prozent, 100 Prozent der Leute gehen aufgrund der Tatsache, dass man ihnen eine Pistole an den Kopf gehalten hat, zur Wahl. Und dann kommt heraus, die AfD hat 20 Prozent. Hat vielleicht auch 25 Prozent. Das haben wir dann. Dann denkt sich erstmal deine vielleicht Mutter, die noch, keine Ahnung, auf der Normischiene ist, na offenbar erzählen die mir in den Medien ja Lügen. Das gesamte Mediennarrativ kommt dann ins Wanken, weil wenn jeder auch jemanden kennt, der offen die AfD wählt und man sieht die Zahl da ein Viertel des Landes, dann kann das Bild nicht mehr stimmen im Kopf des normalen Menschen von halt diesem radikalisierten Neonazi. Ja, und dann warten wir weitere vier Jahre, dass wir wieder zur Wahl gehen dürfen, damit sich dann entsprechend was ändert. Nein, nein, nein. Dann werden AfD-Positionen normalisiert in der normalen Gesellschaft. Dann denken sich die Leute, so kann man offenbar denken, ein Viertel dieses Landes denkt so, dass es nicht quasi eine kleine... Die, die normalisiert, ne? Die waren mal normal. Ja, waren sie. Die Positionen. Ich wollte unterbrechen, Schlimmung. Na, ich war im Grunde fertig. Ja gut, aber ich sag mal, dasselbe Ergebnis, das könnte man jederzeit und wahrscheinlich viel, viel effektiver dadurch erreichen, dass man eben, wie gesagt, in großer Zahl auf die Straße geht. Jetzt stell dir mal vor, doch... Ja, aber du kannst doch... Martin, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, aber du kannst doch wählen gehen und dann trotzdem noch auf die Straße. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Das stimmt. Du hast aber recht. Ja, auf die Straße gehen ist extrem wichtig. Ist wichtig, ja. Das ist so eine Sache. Das ist, ähm, ich, ich hab da so gewisse Zweifel. Also, wie gesagt, ähm, ich lehne ja dieses System ab. Also, ich finde dieses Wahlsystem als solches für mich absolut entwürdigend und ich denke, ne, ich mach da jetzt nicht mit. Aber, wie gesagt, äh, und, ähm, ich hab mir mal die Frage gestellt, ob, ähm, ob es, ähm, weil viele Leute sagen ja, okay, mit der AfD, dann kommt wahrscheinlich irgendwie eine Besserung des Systems und das ist ja überhaupt nicht das, worauf ich hinaus will. Ich will ja gar nicht, dass das System besser wird. Ich will ja gar nicht, dass man hier in diesem System die ein oder andere Stellschraube vielleicht in die ein oder andere Richtung dreht. Ich denke, ein System, in dem es möglich ist, dass die Grünen nicht nur theoretisch, sondern, wie wir jetzt sehen, auch praktisch an die Macht kommen kann, ist einfach dysfunktional. Das ist einfach abzulehnen, ja. Gut, gut. Aber, aber folgendes, folgendes. Unsere Feinde, die Grünen beispielsweise, die lehnen dieses System auch ab. Die lehnen auch die Demokratie ab und sie sind gerade dabei, die Demokratie umzubauen zu etwas, was nicht mehr wiedererkennbar, äh, wiedererkennbar wäre als Demokratie. Sie haben das aber geschafft, indem sie innerhalb dieses Systems gewonnen haben. Ja, das sind, das hat, das hat, wie gesagt, einige Jahrzehnte gedauert und ich denke, die Zeit haben wir nicht. Die Zeit haben wir hinten und vorne nicht. Ja, gut, dann, da müssen wir jetzt sagen, subscribe to PewDiePie, ne? Also, also, ich stimme dir zu, dass wir haben wenig Zeit, aber welchen, also, was ist die Alternative? Was ist dein pragmatischer Weg, dieses System zu ändern? Also, dieser, ja, es gibt, es gibt diverse Ideen, wie man, wie man, sag ich mal, dieses, dieses System zumindest angreifen kann. Ja, und mehr bleibt uns jetzt gerade nicht. So, also, wie schon gesagt, also, wenn jetzt drei bis vier, warte, lass mich kurz ausreden, wenn drei bis vier Prozent der Menschen auf die Straße gehen würden, stell dir vor, es würden alle AfDler geschlossen, jeden Tag auf die Straße gehen zu irgendwelchen Demonstrationen, dann wäre das System innerhalb von fünf Minuten Geschichte. So, weil es einfach nicht, ne, wir haben ja, wir haben ja aus dem letzten Jahr die Zahlen gesehen, da sind wöchentlich eine Million Menschen auf die Straße gegangen und der Sicherheitsapparat dieses Systems, der ist schon in arge Bedrängnis gekommen. So, und jetzt stellen wir uns vor, es sind zwei Millionen, es sind drei Millionen, es sind vielleicht vier Millionen, dann kann dieser Sicherheitsapparat nichts mehr, aber auch wirklich gar nichts mehr ausrichten. So, dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz andere pragmatische Lösungen. Also, wir als Libertäre, wir, 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 wir kritisieren ja beispielsweise auch unser Geldsystem, also diese Möglichkeit, Geld aus dem Nichts zu schöpfen, das Geld dadurch zu entwerten und, ja, wie gesagt, hier eine Inflation zu entfachen, die wir seit, seit Bestehen der Bundesrepublik nicht gesehen haben. Also, ich möchte dazu an dieser Stelle deutlich betonen, Putin ist daran nicht schuld. Es sind diese, diese Gelddruckorgien, die, die hier stattgefunden haben und da gibt es ja beispielsweise die Möglichkeit, aus diesem Geldsystem, soweit es eben geht, auszusteigen und sich vielleicht stattdessen Bitcoin oder, weiß ich nicht, Gold oder Silber zu kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Initiative von Titus Gebel, vielleicht kennt ihr Titus Gebel auch gar nicht, aber das ist einer, jener, der, wie gesagt, freie Privatstädte gründen will. Ja, also sprich, den Leuten, die möglichen, ja, das kennt ihr, ja gut. So, dann gibt es auch noch den, ich weiß nicht, kennt ihr Christoph Feuermann? Das ist, äh, nee. Also Christoph Feuermann, das ist ein ganz, ganz toller Typ, der, der berät nämlich Leute dabei, wie sie möglichst viel Steuern sparen können. Ja, und das, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Gefällt mir der Mann. Gefällt mir der Mann, sag ich. Ja, und er, er, er unternimmt halt möglichst alles, damit Leute hier in Deutschland möglichst wenig Steuern zahlen müssen. So, und ihr habt es ja bestimmt schon mitgekriegt in, in, in Sachsen beispielsweise. Da sind die Freien Sachsen ja sehr, 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 sehr aktiv und, ähm, also hier zumindest in meiner Filterblase hat halt hier öfter mal der Begriff des Sexit, ähm, die Runde gemacht. Also die Leute wollen sich dann, ich weiß jetzt nicht, wie ernst das gemeint ist, aber es ist immerhin eine Idee, die transportiert wird, die auch absolut vollkommen nach libertären Maßstäben total vernünftig ist, sich nämlich abzusondern von, von diesem System. Und wie gesagt, das sind jetzt keine Allheilmittel, ja, aber ich sag mal, allein die Tatsache, dass ihr jetzt solche Formate wie dieses hier macht und ich vielleicht meine Formate, äh, ne, wie ich sie da bei YouTube mache oder eben auch für eine libertäre Zeitschrift arbeite, das ist momentan vielleicht, und das ist das Traurige, das Einzige, was wir machen können. Und wie gesagt, also, ich, ich kann mich, glaube ich, nicht mehr der Illusion hingeben, dass, ähm, dass Wahlen eben noch großartig irgendetwas in irgendeine Richtung bewegen werden. Ich denke sogar, dass es vielleicht sogar schädlich ist, dass man sich dieser, in Anführungsstrichen, Illusion hingibt und sagt, okay, ich hab hier ein Kreuzchen gemacht, damit wird alles besser oder damit kann ich irgendwas erreichen. Wieso haben die dann Angst davor? Dann würden die ja sagen quasi, hey, liebe Rechte, bitte wählt alle die AfD, nicht auf die Straße gehen, einfach AfD wählen, wird alles gut. Wählt mal die AfD, dann wird ja alles wieder so konservativ, wie euch das vorstellt. Machen sie ja nicht, sie sagen, Nazi, 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 Rechtsextreme, Rechtsextreme. Wer die wählt, der, äh, hat den Boden der Gesellschaft verlassen, ne. Die haben ja eine unglaubliche Angst davor. Und alles, was du gerade gesagt hast, können wir ja gerne machen. Also, alles, was du gerade gesagt hast, halte ich für eine gute Sache. Aber wieso nicht zusätzlich noch den Stinkefinger in Form einer Stimme der AfD an sie senden? Und wenn es nur ist, damit Oma Gertrud sieht, oh, offenbar sind das nicht einfach nur irgendwelche versprengten Radikalen. Ich würde darauf gerne sogar noch aufbauen. Du hast es von als Beispiel genannt, Martin, dass wenn jetzt alle AfD-Wähler geschlossen demonstrieren gehen würden, alle, dann wäre das System in kürzester Zeit Geschichte. Ja. Gleichzeitig sagst du aber, das ist letztendlich nicht deine Botschaft. Deine Botschaft ist die des Anarchokapitalismus oder sowas in der Art. Ich stelle mir jetzt vor, wie soll das funktionieren? Also, die AfD-Wähler, die jetzt alle gleichzeitig auf die Straße gehen, bei denen ist völlig klar, was sie wollen. Die sind gegen die Zuwanderung in der derzeitigen Form. Die sind gegen diese Transgeschichten. Die sind gegen die Inflation. Die sind dagegen, dass man in einem Krieg mitmischt, auch wenn das bisher nur wirtschaftlich ist oder größtenteils wirtschaftlich von deutscher Seite, der uns letztendlich mehr schadet als Putin und so weiter und so weiter. Wenn ich mir jetzt Martin und seine Gefolgsleute vorstelle, dann habt ihr da ein Plakat auf der Hand, da steht drauf, ich bin gegen das bestehende Geldsystem. Und das war es dann auch schon. Also, es geht halt immer wieder, und das ist ein sehr, sehr schönes Thema, aber es geht immer wieder um dieses Geldsystem, um Steuern, die natürlich gewissermaßen raubt sind und so weiter. Also, mir ist da zu wenig, als dass ich dazu Leute animiere, in ausreichend großen Zahlen auf die Straße zu gehen, im Gegensatz zu zum Beispiel dem, was die AfD-Wähler so denken. Ja, das Problem ist jetzt allerdings, dass, ihr habt ja gesagt, wenn man mir jetzt eine Pistole an den Kopf drücken würde, wen ich denn dann wählen würde, dann würde ich, wie ihr wahrscheinlich richtig vermutet, die AfD wählen. Tatsache ist aber auch, dass die AfD, wie gesagt, nur Stellschrauben in diesem System wird vielleicht in die ein oder andere korrekte, richtige Richtung drehen können. Und, ja, wie gesagt, das wäre auch schon alles. So, und wenn jetzt die AfD an der... Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation mit dem anderen Volk, wie viele die wählen, ist wichtig. Das sagt, ob diese Standpunkte gesellschaftsfähig sind oder nicht. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden, nochmal. Wie viele die AfD wählen, vermittelt dem restlichen Volk, ob diese Standpunkte der AfD, die Gegnerschaft zu diesem System und so weiter, mehrheitsfähig ist oder nicht. Oder gesellschaftsfähig. Wie gesagt, wieder mein Argument mit dem Viertel. Wenn Oma Gertrud sieht, ein Viertel wählt die, dann glaubt die nicht mehr, dass mit den Nazis... Ja, ja, ich weiß es nicht. Wir haben ja jetzt beispielsweise in Ostdeutschland das in Anführungsstrichen das Phänomen, dass die AfD dort in Umfragen ja längst die stärkste Partei ist. Und das ist den Leuten da ja jetzt mittlerweile bekannt. So, und ich bin übrigens auch der festen Überzeugung, dass es wahrscheinlich im Osten schon demnächst soweit sein wird, dass die AfD dort wahrscheinlich in Regierungsverantwortung kommen wird. Davon gehe ich also mehr oder weniger felsenfest aus. Also das wird uns wahrscheinlich in den nächsten zwei, höchstens drei Jahren widerfahren, wenn dieses System, das wir jetzt gerade haben, bis dahin nicht zusammengebrochen sein wird. Was ich allerdings hoffe. Ja, also wie dem auch sei, dann hast du dann eine AfD mit, sagen wir mal, 30, 35 Prozent in den Landtagen. Und dann wird an der einen oder anderen Stellschraube eben das ein oder andere regiert. Habe ich nichtsdestotrotz, dieses System, diesem System doch nur dabei geholfen, in Anführungsstrichen, eine längere Zeit zu überdauern. Aber darum geht es mir gar nicht. Warte, warte, inwiefern ist ihm dabei geholfen? Bitte? Achso, du denkst quasi Akzelerationismus, quasi wenn die Grünen frei machen können, was sie wollen, dann kommen wir schneller in den Abgrund und schneller Systemwechsel. Sozusagen, ja. Also ich denke, das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss. Was wäre gewesen, wenn die AfD bis heute nicht zur Wahl gestanden hätte? Ja, was wäre gewesen, wenn die Leute, die jetzt in Anführungsstrichen die AfD wählen, wenn denen wirklich präsentiert worden wäre, wenn denen gewahr worden wäre, meine Güte, da sind nur Irre, nur Bekloppte, die dieses Land jetzt gerade vor die Wand fahren und in Anführungsstrichen, ich habe jetzt nicht mal mehr die Wahl, ein Kreuzchen irgendwo zu machen. Ja, was hätten da für die Dynamiken entstehen können? Nein, ich habe nicht mal mehr die Wahl. Achso, achso, dass ich das denken. Okay, okay. Aber wäre es nicht besser, wenn dann der Osten quasi, wo es dann von mir aus auch noch weiter zerfällt, aber langsamer zerfällt, weil halt die AfD da ein paar Stellschrauben drehen kann, als ein im Vergleich positiveres Beispiel zum Westen, wo halt die Linken frei machen können, was sie wollen, dienen könnte im Sinne von, wenn wir es auch machen, wenn wir auch quasi diesen linken Kurs verlassen würden, es scheint ja besser zu laufen. Ja, das könnte man, ja, das wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben ja beide, also ihr und ich, wir haben halt, ich denke, und da reden wir wahrscheinlich aneinander vorbei, also wir haben ja beide unterschiedliche Vorstellungen von einer in Anführungsstrichen guten Welt und meine gute Welt ist eben eine, in der dieses System, also ob jetzt mit oder ohne AfD, einfach in der Form nicht mehr existiert. Also das ist, wie gesagt, Ich persönlich bin kein Utopist, also ich bin kein Utopist, ich will, ich will die Linken f***en. Ich will, dass die hier beseitigt werden und dann können wir neu aushandeln, wie wir diese Gesellschaft hier gestalten. Und da kann ich alle möglichen Modelle akzeptieren und mir alle möglichen Modelle vorstellen. Aber mir ist vor allem wichtig halt, dass wir die momentanen Herrscher beseitigen. Mhm. Ja gut. Dann, wie gesagt, ich kann dir nur viel Erfolg oder euch nur viel Erfolg dabei wünschen, dass das über dem Weg des Kreuzchens der Urne funktioniert, dass ihr in der Zeit, die euch, die uns noch bleibt, das schafft. So und ich habe da, wie gesagt, meine Zweifel, dass, ja, da noch so viel Zeit übrig ist. Also insofern würde ich sagen, okay, wir müssen uns vielleicht, also das ist halt so mein Gedanke. Also wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, ja, diese Wahlen, die würden jetzt in Anführungsstrich nichts bringen. Ich muss mir jetzt was anderes, vielleicht auch etwas Besseres einfallen lassen, um diesem System wirklich entsprechend, ja, Schaden zuzufügen. So und ich denke, es gibt mit Sicherheit andere Wege und Möglichkeiten, diesem System in Anführungsstrichen zu schaden, als eben, wie gesagt, ein Kreuzchen bei der Partei zu machen, die sie abfuckt. Wir wollen ja nicht nur das. Ich habe da noch eine ganz gute Frage. Ich muss das ganz kurz unterbrechen. Felix, für 100 Dollar, vielen, vielen Dank, Felix. Nie war eine Abgabe so süß, so sinnvoll und so freiwillig gezahlt wie diese hier. Viele Grüße an Alex, ZwinkerSmiley. Das ist ein Insider. Martin, muss dich nicht wundern, wer Alex ist und so weiter, ist auch irrelevant. Felix, wir danken dir vielmals. Martin, was würdest du dir jetzt sagen, wenn du siehst, dass in Schweden, da ist ja die Stimmung gekippt und in Italien, da ist ja die Stimmung gekippt, jetzt tatsächlich ein Wandel vollzogen wird? Würdest du dann sagen, okay, ich sehe, es kann vielleicht doch funktionieren? Ich bin gespannt. Ich warte darauf. Also ich sehe die Entwicklung ja. Ich sehe ja, dass eben, wie gesagt, in unserem europäischen Nachbarland hier die ein oder andere Entwicklung tatsächlich positiv zu sein scheint. Aber, ne, ist halt hier die Frage, ob es denn dann wirklich so kommen wird, wie es, ja, wie es sich der eine oder andere vielleicht ausmalt. Also insbesondere jetzt für die Entwicklung in Schweden, insbesondere jetzt auch für die Entwicklung in Italien. Also ich weiß nicht, also ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, wer diese, diese, na, wie heißt diese junge Dame nochmal? Meloni. Richtig, so, die ist ja schon ziemlich, ziemlich... Hart drauf, die ist hart drauf, ja, ja, ja. Also ihre Zitate da, wir haben neulich eins in der Ketzerkirche vorgespielt, wo sie gesagt hat, sie wollen uns all unsere Identität nehmen. Der Grund, aus dem sie diese Geschlechtergeschichte machen, ist halt, damit ich mich nicht mehr als Frau, als Mutter, als Italienerin, als Christin definieren kann und einfach nur ein Konsumentensklave bin, ne? Ja, also ich bin, also, ne, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wir werden sehen, was diese Regierung zustande bringt. So, und Italien hat ja, wie ihr sicherlich wisst, ganz, 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 auch noch ganz, ganz andere Probleme, eben nicht nur diese, diese, diese gesellschaftspolitischen Themen. Es geht auch in Italien darum, ja, wie, wie wollen die überhaupt wirtschaftlich, finanziell überleben? Ja, was mir Sorge macht, ist halt, also, bei den Problemen, die du gerade schon ansprichst, dazu kommt jetzt auch noch, dass sie ebenso wie Deutschland stark abhängig sind von russischem Öl. Und, äh, das wird jetzt halt bitter. Und das Problem ist, ja, auch das könnte assoziiert werden mit einer rechten Regierung dann. Und, äh, den Punkt gebe ich dir. Ja, nee, wie gesagt, und auch was Schweden angeht, ja, ähm, wir wissen ja, alle Schweden hat gewisse Probleme mit der Zuwanderung. Und, ähm, die Frage ist, und da bin ich eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gespannt, was da an, 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 ja, Konsequenzen folgen wird. So, und da bin ich eben, wie gesagt, entsprechend skeptisch, dass eben, ähm, das getan wird, was aus der Sicht vieler vielleicht das Richtige wäre, ne? Insofern, es bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes, also mir zumindest jetzt nichts anderes übrig, als, ähm, ja, zuzuschauen, zu gucken, was passiert. Und, äh, ja, wie gesagt, ich bin da halt nicht besonders hoffnungsfroh, ne? Du träumst also von einem anderen System und, äh, du meinst halt, um dieses System dann möglicherweise einfach mal zu etablieren, ist es halt notwendig, so zu agieren wie du. Gibt es denn aktuell auf der Welt irgendein Land, was ein System hat, ähnlich dem, in welchem du gerne leben würdest? Nein. Wenn ja, welches ist das? Also ich denke, also, ach Gott, welches System wäre das? Also es gibt, es gibt Länder, in denen du weniger Steuern zahlst, dafür hast du dann andere Restriktionen, ähm, ich sag mal, dieser Christoph Heuermann, den möchte ich euch, wie gesagt, noch mal ans Herz empfehlen, das ist wirklich so ein Globetrotter, also der, der, der ist quasi auf der ganzen Welt zu Hause und der, ähm, der schafft es eben, wie gesagt, sich seine Freiheit zu bewahren, ohne dass er jetzt sich einem Land, sag ich mal, verschreibt, ja, der ist einfach überall unterwegs und der nimmt sich halt aus jedem Land, wenn du so willst, das Beste. So, er hat sich, wie gesagt, von allen Ländern verabschiedet und ist jetzt einfach überall unterwegs und, in Anführungsstrichen, das wäre ja eigentlich so das beste Modell, was, was ich mir jetzt zumindest vorstellen könnte, dass man sich eben, wie gesagt, von, von... Aber willst du wirklich als Nomade leben? Nein, das möchte ich eben nicht, aber ich möchte die Vorzüge dieses Nomaden-Daseins haben, also eben entsprechend in Ruhe gelassen zu werden, eben auf dem Flecken Erde, wo ich jetzt gerade bin und, äh, ich sag mal so, ich, ich verstehe das Argument, auf der, auf der restlichen Welt sieht's nicht besser aus und in weiten Teilen der, der, der Welt sieht's vielleicht sogar noch viel, viel, viel schlimmer aus als hier, aber das heißt für mich ja nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich vergleiche diesen Scheißhaufen, in dem ich wohne, mit den anderen Scheißhaufen auf der anderen, äh, auf, auf dieser Welt, und sage, ja, okay, mein Scheißhaufen ist ja doch noch irgendwie so der Beste, hier ist noch ein bisschen Zuckerguss, äh, drüben, äh, obendrauf und, äh, das genieße ich jetzt einfach mal. Ich will ja einfach, wie gesagt, für die libertäre Idee werben, dass es vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern hier deutlich besser aussehen könnte, ne? So, und das, das, das beinhaltet eben, dass man sich von, von gewissen Dingen auch verabschiedet und, ähm, das wäre beispielsweise so, so eine Sache hier, äh, das, das, das staatliche Rentensystem oder dieses Sozialsystem, das sind Dinge, von denen ich sage, so, das geht gar nicht. Das ist, furchtbar. Da rennt man ja offene Türen ein, aber ich habe was anderen Gründen. Ja, und das ist, ja, nee, wie gesagt, ich, ich, ich wollte dazu nur sagen, ähm, sagen wir mal spätestens dann, wenn die AfD an der Macht ist, dann, dann wird es da auch keine Diskussionen mehr geben, ja? Wir wissen genau, ähm, ihr, ihr wisst das ja, es gibt ja hier diese, diese, ähm, diese, ja, ich weiß nicht, es ist eigentlich eine mathematische Formel, dass eigentlich die Leute an die Macht kommen, die die meisten Mittel haben, so, und das sind dann meistens die Skrupellosen, das sind dann meistens die Psychopathen, das sind dann meistens die Vollirren, die, die machen sich nämlich überhaupt gar keine Gedanken darüber, welcher Mittel sie sich bedienen können, die bedienen sich einfach aller, und das sind dann eben, was weiß ich, Lügen, das sind dann Intrigen, Hasse nicht gesehen, und diese Leute, die kommen dann entsprechend nach oben, also ein, ein wirklich wohlmeinender Mensch mit sowas wie Moral, ja, der hat ja gewisse Werkzeuge nicht zur Hand, um eben, wie gesagt, diesem einem, also gegen den einen hier zu bestehen. Aber das ist ja in der Geschäftswelt genauso, und in diesem Fall, also in der Gesellschaft, die du dir vorstellst, würde wahrscheinlich dann die Geschäftswelt ja so alles kontrollieren, ne, die Leute, die halt mit ihren Konzernen ordentlich nach oben kommen, und das sind jetzt auch nicht die nettesten, rücksichtsvollsten Leute auf der Welt, ne? Ja, aber weißt du, das Konzert, das ist eben auch so, 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 so ein, 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 wie soll ich sagen, so eine, so eine Fehlannahme, also du musst dir immer vor Augen halten, dass die Macht, die unsere Konzerne jetzt haben, einfach nur deswegen vorhanden ist, weil sie eben Regierungen haben, die sie bestechen können, ja? So hätten wir jetzt in Anführungsstrichen einen von mir präferierten freien Markt, dann müsste jedes Unternehmen jeden einzelnen Bürger durch seine entsprechende Leistung, in Anführungsstrichen, bestechen, ja? Dann würde wirklich nur dieses Unternehmen bestehen oder eher bestehen als irgendwelche korrupten Haufen, die dann irgendwie von, weiß ich nicht, der Regierung gestützt werden. Klar, klar, aber auch diese Unternehmen würden dann noch angeführt, wahrscheinlich zum guten Teil von irgendwelchen Psychopathen oder so, das sind alles richtige F***er, ne? Ich hab gestern, die haben gesprochen, der kennt über Bande Elon Musk und das ist halt auch ein wirklich kaltblütiger Typ, ne? Wenn sich da mal so ein paar Storys aus dem Nähkästchen anhört und so sind die dann halt alle, das wäre unter diesem System wahrscheinlich genauso und die hätten dann halt die Macht. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die die Macht haben. Wenn du nur einen freien Markt hast, dann hast du keine Macht. Der Konsument hat die Macht. Der Konsument entscheidet, was er sich kauft, wo er es sich kauft, wie er es sich kauft, ob er da wieder kauft. So, und mir ist es in Anführungsstrichen, also ich bin ja darauf bedacht, dass ich Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehme, die entsprechend, ja, mir zugutekommen. So, und da muss eben jedes Unternehmen untereinander konkurrieren und muss eben das beste Angebot machen. So, und was wir jetzt haben, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Bulb Fiction? Nicht Palb, sondern Bulb? Bulb, nee, finde ich nicht. Bulb Fiction, der wurde vor, ich, ach Gottchen, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, zehn Jahre her, der lief sogar mal auf Arte. Da ging es eben darum. Martin, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Danach bitte weiter mit Bulb Fiction. Du bist am Laptop, richtig? Ja. Hast du Discord offen? Ja. Kannst du bitte einmal kurz unten links auf das Zahnrad drücken, Benutzereinstellungen? Ja, Moment, Augenblick. Getan. Dann bitte einmal das zweite von unten oder dritte von unten Streamer-Modus. Oh, das zweite von unten, Sir? Wenn die ganz unten steht, Piaget... Oder wir machen es einfacher und du... Ah, nee, das geht nicht, sorry. Geht nicht. Streamer-Modus, ja, ich bin drauf, ja. Und den bitte einmal anmachen. Okay, ist an. Dankeschön, jetzt hört man nämlich deine Nachrichten nicht mehr, die da reinkommen. Alles klar, Bulb Fiction, Martin. Bulb Fiction, ja, da geht es ja... Da ging es zum Beispiel darum, ja, ihr habt ja alle, ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt, hier in der Europäischen Union herrscht ein Glühbirnenverbot, ja. Ja, so, also das heißt, man darf diese herkömmlichen Glühbirnen nicht mehr verkaufen. So, und dieses Glühbirnenverbot, ja, wer hat das durchgedrückt? Das ist durchgedrückt worden von Philips und von Osram, die seinerzeit eben ihre, also ich kürze das jetzt mal ab, die seinerzeit ihre Energiesparlampen verkaufen wollten für teuer Geld. Fürchterlich. Ja, die waren nicht nur fürchterlich, die waren auch noch hochtoxisch, also wenn du so eine Glühbirne im Betrieb kaputt machst, dann darfst du dieses Zimmer erst mal vollständig, die kontaminieren, so, und nichtsdestotrotz, das wurde selbst von Greenpeace gehypt, dieses sogenannte Glühbirnenverbot. Ja, und das ist das, was ich meine. Also hier haben Osram und Philips als Großanbieter im Prinzip sich den, ähm, in Markt unter den, unter die Nägel gerissen, einfach indem sie kleinere Anbieter, die eben nur Glühbirnen produzieren konnten und eben nicht die Möglichkeit hatten, Energiesparlampen zu produzieren, die wurden einfach aus dem Markt gekickt, ja. Und diese Möglichkeit hatten Osram und Philips nur deswegen, weil es eben diese Politiker gibt, die eben eine entsprechende Macht haben, so einen Quatsch durchzusetzen. Und das erleben wir jetzt auch in allen anderen Bereichen, diese sogenannte Energiewende. Ja, das ist doch, das ist das aller, allerbeste Beispiel. Da gibt es Leute, die sind eben in, wie gesagt, in diesen Windkraftanlagen investiert. Die kriegen den Arsch vollgeschissen mit Geld, also die werden richtig gehen zugeschissen mit Geld für ihre untauglichen Windmühlen, ja, wofür wir alle bezahlen. Und das ist der Staatsschuld, der diesen, also diesen, diesen, diesen Unternehmen im Prinzip das Geld der Steuerzahler zustande. Und halt ein eigenes ideologisches Interesse auch noch daran hat, ne. Das ist quasi so ein unheiliger Zusammenschluss von Lobbyismus und halt dieser Klimaideologie. Aber ich glaube, viele von denen sind halt wirklich radikalisiert in der Scheiße. Also ich weiß gar nicht, ob die so, ich, 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 ich frage mich wirklich, was in diesen Leuten los ist. Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich ihrer eigenen Ideologie glauben. Das ist nämlich auch so ein Trugschluss, dass man glaubt, die, die obersten Ideologen seien diejenigen, die ihre eigene Ideologie glauben. Ich glaube, was die Grünen angeht, die Grünen, das sind einfach schlicht und ergreifend Kommunisten, die eben diesen, diesen, ich sag mal, diesen, ja, Zug erfunden haben, und zwar diesen Zug der, der Klimarettung, ja. Und unter diesem Banner der Klimarettung haben sie eigentlich erst die Möglichkeit, ihre, ja, Macht auszubauen und im Prinzip hier alles an Freiheit, was noch vorhanden ist, abzuschaffen. Ja, ich glaube, da unterscheiden wir uns nur darin, äh, wo wir denken, dass die Echsen Menschen anfangen, ne. Also ich denke halt irgendwie die Emilia Fester oder so, das ist einfach irgendwie eine junge Frau, die halt wirklich in dieser Scheiße radikalisiert wurde. Aber, äh, irgendwo höher halt, äh, an höherer Stelle wurde das erdacht, um Kommunismus durch die Hintertür einzuführen, das denke ich auch. Ja, das denke ich, ja, wie gesagt, und, ähm, ja, ich kann, ich komme einfach nur immer und immer wieder zu dem Schluss, ja, ähm, es ist das System schuld, ne. Also man hört ja auch gelegentlich, ich höre das sogar aus meiner Bubble. Es gibt ja in meiner libertären Bubble gibt es ja auch nicht wenige Leute, die eben, wie gesagt, AfD wählen und die eben genauso argumentieren wie ihr jetzt. So, und, ähm, ich kann einfach, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mich einfach nicht damit anfreunden, dass dieses System, so wie es jetzt gerade besteht, ähm, ja, indem es eben, wie gesagt, möglich ist, dass solche Leute an die Macht kommen, dass eben, wie gesagt, Kommunismus wieder möglich wird. Also das, das kann ich einfach, ja, wie gesagt, aus tiefstem Herzen nicht unterstützen. Und ich, ich möchte da auch nicht mitmachen, nicht mal, nicht mal zum Schein und auch nicht, ähm, in dem Wissen, dass ich hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Stellschraube ändern könnte. Ich denke wirklich, ähm, was wir brauchen ist, ist wirklich, das, das meine ich wirklich ganz, ganz ernst, wir brauchen den kompletten Zusammenbruch. Davon darf nichts mehr übrig bleiben von dem, was wir jetzt gerade haben, ne. Wieso dann nicht straight ab, kompletter Akzelerationismus, äh, Grüne wählen und das alles so sehr befeuern, wie es irgend geht? Also wäre das dann nicht sogar noch logischer? Das habe ich ja vorhin gesagt. Das habe ich ja... Ja, ja, aber du hast dann wieder zurückgezogen. Ja, aber du machst das ja nicht. Nee, ich mache es tatsächlich nicht, weil da, ich weiß nicht, da, 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 da tut was weh in mir, ja, also da müsste ich... Ich glaube, mir würde vorher die Hand abfaulen, ich weiß es nicht, der liebe Gott würde mich... Dann kann man auch nicht mal in den Spiegel gucken, ne? Nee, nee, das ginge nicht, also... Es scheint mir fast so ein bisschen so, als ob, also, das ist jetzt nicht fies gemeint, aber als ob du wissen würdest, dass in dem normalen Spektrum halt von, äh, die Gesellschaft auf irgendwie einem normalen Wege wieder verändern und nicht halt durch wirklich richtig am Ende düsteren Kram wir recht haben. Ist das eine faire Zusammenfassung? Jetzt bist du ganz, jetzt hast du hier das so schön zusammengefasst und ich habe es nicht mitgekriegt, da kam es kurz abgehakt an. Achso, nee, die Frage ist, wenn du das mal wiederholst... Im Endeffekt gehe ich recht in der Annahme, dass du auch davon ausgehst, dass im Rahmen davon die Gesellschaft irgendwie auf friedlichem Wege, ne? Und dass irgendwie wir reden über, keine Ahnung, äh, Massensterben, also, ich meine, darauf steuern wir gerade zu und so weiter. Auf friedlichem Wege wieder herzustellen, dafür wäre das der Weg. Äh, ja, ich denke, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ja. Das kann man so, das kann man so zusammenfassen, wenn ich jetzt falsch verstanden habe. Aber du denkst halt, jetzt wirst du sowieso düster und das nicht abzuwenden und besser morgen als übermorgen. Es lässt sich, es lässt sich hier, ähm, ich denke, der Schaden, der jetzt hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten angerichtet worden ist, so und da, das, das fing, das fing eigentlich auch schon, ja, das fing eigentlich schon vor den Grünen an, ja. Also das ist eigentlich, eigentlich, ähm, also ich, ich vertrete eigentlich fast dieses Bild, wie soll ich sagen, dieses System, das hatte seinen Selbstzerstörungsmechanismus eigentlich mit Gründung schon inne, ja. Also, ähm, wir hatten zu Beginn der 50er Jahre hatten wir ja noch einen Ludwig Erhard, der von der sozialen Marktwirtschaft gesprochen hat und das wird heute, heutzutage wird das ja oft, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, äh, uminterpretiert, ja. Da heißt es, ja, der Sozialstaat, das sei die soziale Marktwirtschaft. Ludwig Erhard hat, Ludwig Erhard hat aber eigentlich nur gesagt, das sozial ist, was Arbeit macht, was den Markt, ähm, sag ich mal, befeuert, was eben den, wenn du so willst, äh, die Freiheit fördert. So, also der, der hat, glaube ich, nie von einem Sozialstaat, von einem Vollversorgungsstaat gesprochen und diese Dinge, die, ähm, wie gesagt, entschieden worden sind schon vor, vor Jahrzehnten, also dieser, dieser ganze Klumbertsch, wir haben uns daran gewöhnt und, ähm, ich sag mal, in den letzten Jahren ist uns einfach nur aufgefallen, oha, hier geht ja doch was ganz gewaltig schief, aber es hat, es hat sich eigentlich nicht großartig was geändert, es wurde einfach nur noch ekliger und ekliger und spürbarer und spürbarer und, ähm, ja. Und währenddessen haben sie halt, ich würde schätzen wahrscheinlich ein Viertel ungefähr der Leute radikalisiert, ne, also die sind fucking radikal. Äh, die glauben alles, was der Mann im Fernseher sagt und die glauben, jeder, der das nicht glaubt, ist ein Nazi und sollte eigentlich eine Kugel in den Kopf kriegen, ne. Ja gut, vielleicht, wenn ich es so halt formuliere nicht jeder Vierte, sondern vielleicht jeder Zehnte oder so, aber das haben sie halt als Gegenmaßnahme gemacht, ne, und dann halt ihre, wir sind mehr Demos und, ähm, ja, dann die Geschichte mit der Impfung auch noch, ne, wo sie die Feinde dann, äh, auf diese Art und Weise isoliert haben und, äh, eine Legitimation eigentlich, also ich dachte damals, jetzt geht's ab, ne, also der Ton, der da angeschlagen wurde und so, ne, ich dachte, das war's. Ich dachte, jetzt kommt hier die komplette Eskalation, weil das war eine Rhetorik von Auslöschung, die sie ja benutzt haben die ganze Zeit. Ja, absolut richtig und, ähm, es geht ja jetzt weiter, jetzt haben wir halt hier ein etwas anderes Thema, jetzt ist das Thema ja eher Russland und, äh, auch da merken wir ja schon, wohin die, äh, Reise geht, wohin die Rhetorik geht. Ja, also man, man, man hört ja hier, was hab ich vorhin bei Telegram gelesen, da wurde irgendwie eine junge Frau, äh, die hat Besuch von der Polizei bekommen, weil sie einen Putin-freundlichen, äh, Beitrag gepostet hat oder sowas. Ja, und dann wird ihr vorgeworfen, ja, das ist ja Kriegsverherrlichung oder sowas, ne. In Deutschland? Also, das ist, ne, also wir sind jetzt mittlerweile auf so einem Level, wo ich sag, ja, ähm, man kann sich, man kann sich die, die Vorstellung abschminken, dass das hier noch, äh, ja, ich sag mal, auf, auf, auf friedlichem, weitestgehend friedlichem Wege, ähm, zu kitten ist. Und, ähm, ich denke, vielleicht müssen wir jetzt alle in den, ja, wie es so schön heißt, in diesen sauren Apfel beißen und vielleicht auch mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, schwierig zu formulieren, also, der saure Apfel, der saure Apfel ist der, dass wir uns vielleicht von diesem, von dieser, ähm, Illusion des Systems verabschieden sollten. Ich weiß nicht, ich möchte an dieser Stelle, das ist ganz wichtig, das fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ein wunder, wunder, wundervolles, äh, Video, beziehungsweise einen wundervollen Podcast, ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, und zwar auf Radio München. Das möchte ich jedem hier ans Herz legen, ähm, damit, äh, ihr, ähm, ich sag mal, so einen gewissen Eindruck davon bekommen könnt, wie Menschen weitestgehend funktionieren. Das sind 18 Minuten und dieser, dieser Beitrag heißt, ähm, Gott, wie heißt der nochmal, die Psychologie der Verschwörungsleugner. Das ist hochinteressant, wirklich hochinteressant und, ähm, 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 ja, wie soll ich sagen, also, da wird einem schon bewusst gemacht, dass doch die meisten Menschen, ja, also ich wahrscheinlich auch noch, also ich mit Sicherheit auch, aber wir alle hängen doch noch irgendwie an, ähm, ja, wie soll ich sagen, an gewissen Illusionen, die uns das Gehirn gewissermaßen vorschreibt, damit wir uns in einer gewissen Sicherheit wähnen. So, und ich denke, das Beste, was wir jetzt alle machen können. Also, ob ihr jetzt wählen geht oder nicht, das ist mir in Anführungsstrichen bumpe, aber, ähm, das, das, das Einzige, was, was wir jetzt wirklich machen können, ist, sich vielleicht gewisser Illusionen zu entledigen, dass das hier auch nur irgendwie in Ansatz, ansatzweise gut ist, was hier passiert. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm, ne? Und das meine ich jetzt gar nicht mal fatalistisch. Ich meine das, ähm, ne, also wenn man diese Erkenntnis einmal hat, dass die Leute es einem, dass die es wirklich nicht gut mit einem meinen, ja, dann, dann ist man schon einen Schritt weiter, ne? Und, ähm, daher auch so mein, mein Appell, äh, vielleicht sich nicht dieser, ja, diesem Gedanken hingeben, mit einem Kreuzchen etwas ändern zu können, sondern sich vielleicht, ja, ich sag mal, dieser, dieser, dieser... Ja, ja, aber du, du machst immer, ein letzter Punkt, ein letzter Punkt, du machst da immer halt so eine falsche Dichotomie auf zwischen, ähm, oh, mit der Stimme wird alles wieder gut oder wir machen die Stimme einfach nicht, weil sie bringt nichts. Die Stimme kann ja helfen. Die Stimme kann ja, äh, wie gesagt, äh, Oma Gertrud kommunizieren, dass das nicht alles irgendwelche Radikalinskis sind, weil es ein Viertel der Bevölkerung und sie kennt dann fünf Leute, die wählen und so weiter, ne? Es kann ja etwas sein, was nützlich ist, sogar in dem Prozess, den du beschreibst, in diesem Desillusioniertwerden von der Gesellschaft kann es ja helfen. Man muss ja nicht, dass das eine Art Ersatzreligion haben nach dem Motto, oh, aber ich kann wählen, alles ist gut. Äh, du kannst ja eine realistische Einstellung dazu haben und trotzdem es aus taktischen Gründen tun. Könnte man machen. Martin, ganz kurz, ganz kurz, führe das gerne kurz aus, wir müssen danach langsam zum Ende kommen, sonst schaffen wir den Rest nicht mehr in annehmbarer Zeit, äh, aber bitte Martin, du hast das Wort, danach würde ich kurz übernehmen. Ja, also, wie gesagt, ich denke, es ist sinniger, sich eben wirklich auch mental von diesem, von diesem, ähm, Ritual zu verabschieden und, äh, ich denke, der Effekt, sich von diesem Ritual ganz bewusst zu verabschieden, ist vielleicht ein, im Endeffekt effektiverer, weil man sich dann eben dazu nötigt, auf andere Ideen zu kommen, ne, statt, wie gesagt, sich auch nur, auch nur ein bisschen auf diese Wahl zu verlassen, auch nur ein bisschen daran zu glauben, dass das irgendetwas zum Positiven ändern könnte. Das ist, wie gesagt, meine Idee. Aber wie gesagt, ich werde, das kriegt ihr vielleicht mit, also wenn ich jetzt hier meine, meine, meine kurzen Wortmeldungen mache, ich sage den Leuten ja nicht, geht nicht wählen, das würde ich nicht, weil ich nämlich auch nicht weiß, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Ich sage einfach nur, ich freue mich über die vielen Leute, von denen, die nicht zur Wahl gehen, von denen es viele mittlerweile auch vermutlich aus Überzeugung tun, ne, ja. Alles klar, dann, Schnur, müsstest du ganz kurz gucken, ob jetzt noch Fragen, exklusiv die Marken reingekommen sind, ich reiche in der Zeit nach, Blick.ch, Hetze gegen die Ukraine, Putin-Unterstützerin wischt sich mit Polizeivorladung hinterher ab, eine Russin, die in Deutschland wohnt, pöbelt im Internet gegen die Ukraine und zeigt offen ihre Unterstützung für Wladimir Putin, nur wird gegen sie wegen des Verdachts auf Beleidigung und Billigung von Straftaten ermittelt. Die Polizei hat zudem eine Razzia durchgeführt, also eine Frage zu meinem Bottenschlomo, ja, das Ganze hat sich in Deutschland zugetragen. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, Martin, wo finde ich dich? Bitte? Wo findet man dich? Was meinst du, wo findet man mich? Auf YouTube oder so, also müssen wir sagen, wo du wohnst, aber... Achso, ja, ich bin ja bei Eigentümlich Frei und Eigentümlich Frei hat auch einen Kanal, so, und ich habe auch mittlerweile meinen eigenen Kanal, das ist, der nennt sich lustigerweise Wertvoller als Gold. Da ist doch der Schlager gelandet, ne? Da ist der dritte Schlager gelandet, so, und ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft dort vielleicht auch das ein oder andere Video hochladen. Also, wie gesagt, man findet mich auf zwei Kanälen bei Eigentümlich Frei, da mache ich dann jeden Tag so eine kurze Wortmeldung und, also ich versuche es zumindest. Und wie gesagt, der andere Kanal, das ist mein Kanal, Wertvoller als Gold, da sollen jetzt in Zukunft meine Musikstücke erscheinen und ja, ich kann auch versprechen, da ist auch was in Arbeit, also mit dem Pfulsk zusammen und ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass ich dieses Hobby in Zukunft auch noch so ein bisschen, ja, ausbauen kann. Also, wie gesagt, es dauert halt immer so lange, aber ich bin halt froh, dass ich den Pfulsk gefunden habe, übrigens durch einen eurer Zuschauer, einen ehemaligen, also eher so ein Facebook-Freund von mir, der jetzt Ewigkeit nicht mehr bei Facebook ist, der hat mich halt damals, vor ein paar Wochen erst angeschrieben und hat mich eigentlich erst auf den Pfulsk aufmerksam gemacht und ich finde das halt mega geil, dass diesbezüglich so viel, ja, Unterstützung gekommen ist und dass dann eben auch hier mein dritter Schlager dann so schnell fertiggestellt werden konnte, ne, supergeil, ja. Tja, finden wir auch sehr gut und dann würde ich zu den Supershats kommen, ich habe etwas die Sorge, die könnten ausarten, weil der erste, den ich hier habe, der kommt mit fünf verschiedenen Punkten zum Thema Wählen. Okay, ich habe den ekligen System nicht. Wir versuchen es mal. Für zehn Dollar, vielen Dank. Er schreibt, Wählen kostet dich alle Schaltjahre eine Stunde, Ergebnisse sind unter anderem erstens Mittelfinger an die Herrschenden, zweitens Leute in Regierungsverantwortung, die Staatskohle abgreifen und der Bewegung zuspielen können, AfD-Stiftung Fördergelder, drittens Erweiterung des Meinungskorridors in den Medien, viertens weniger Zuwanderung, fünftens Volksabstimmungen auf Bundesebene in den restlichen 8.765 Stunden, achso, ne, neuer Satz, fünftens Volksabstimmungen auf Bundesebene, in den restlichen 8.765 Stunden kannst du dieses System bekämpfen und eigene Strukturen etablieren, auch durch besagte Fördergelder. Also, ich möchte Punkt drei was, glaube ich, die nochmal bekräftigen. Ist dir bewusst, du kennst wahrscheinlich Funk, das Online-Format der öffentlich-rechtlichen. Ja, ja. Die kriegen, die haben 56 Kanäle am Laufen auf YouTube und weiß nicht, wo man die sonst noch finden kann und werden finanziert über die GZ-Gebühr und das in Höhe von, ich glaube, 46 Millionen. Am Ende, eins dieser Formate kostet rein rechnerisch jedes Jahr 800.000 halt, doch 800.000 Euro. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wo holen die sich denn ihre Leute her? Du könntest einer von denen sein, die zukünftig nicht ein Video pro Tag machen, sondern fünf pro Tag, wenn man ein ganzes Redakteurenteam stellen würde, wenn du bei Funk unter Vertrag wärst. Aber dieses Funk in der Art, das wirst du nur bekommen oder zumindest möglicherweise dann bekommen, wenn die AfD mal sagt, wer bei Funk doch bitte unter den Sturm zu nehmen ist und nicht, solange das die SPD, die CDU und Konsorten tun. Mhm. Ja. Hättest du da nicht Bock drauf? Nein. Auf keinen Fall. Das ist ja, wie gesagt, das, was ich ablehne. Das ist ein Zwangssystem. Ich möchte von niemandem bezahlt werden, der meine Leistungen nicht freiwillig haben möchte. Ja. Also das ist, ich finde es absolut verkommen, diese GEZ-Struktur und so weiter. Ja. Also das ist absolut widerwärtig. Also es ist ähnlich wie mit dem Wählen der Grünen. Vorher würde mir wahrscheinlich tatsächlich die Hand abfaulen. Ja, wir kriegen alle mit, dass die Leute dieses GEZ-System in gigantisch großen Zahlen einfach nicht finanzieren wollen, aber trotzdem gezwungen werden. Und ich möchte auf keinen Fall Bestandteil eines solchen Systems sein, dass dann eben solchen Leuten das Geld quasi abpresst. Ja. Und dass ich dann von diesem abgepressten Geld leben würde. Da könnte ich auch Beamter werden. Möchte ich auch nicht. Ja. Genauso wie ich Politiker werden möchte. Ja, also das ist dann schon ein bisschen Überzeugung bei mir. Alles klar, kann ich verstehen. Schlobo. Germanist habe ich für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Martin, wer schweigt, stimmt zu. Wenn nicht zur Wahl geht, der wählt das System. Einfach auf den Zusammenbruch zu warten, bringt nichts. Wenn keine Gegenbewegung da ist, denn sonst kommt Klaus Schwab und das neue System ist Eat the Bugs and live in the pot. Ich glaube, ich werde mit meinem staatszersetzenden Schlager mehr erreichen als mit einem Kreuzchen, das ich dann in eine Formel werfe. Und das gilt übrigens auch für alle. Ja, fragt euch mal. Also das gilt wirklich für die Leute, die jetzt eben, ich sag mal, dieses, dieses, also jetzt ihr beide nicht speziell. Ihr tut ja schon sehr, sehr viel und sehr, sehr Gutes. Aber die Leute, die eben, wie gesagt, immer noch im Wählen der AfD eine Lösung sehen. Ähm, die sollen sich, also fragt euch alle mal selber, was ihr denn vielleicht stattdessen tun könntet. Ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Ja, oder dazu. Weil das Wählen, ich meine, die Leute sind ja nicht irgendwie jeden Tag neun Stunden dann beschäftigt, die AfD zu wählen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber, ne, wie gesagt, machen, jeder sollte sich wirklich mal Gedanken machen, was er denn tun würde, wenn die AfD nicht zur Wahl stünde. Vielleicht ist das, vielleicht bringt das meinen Punkt so ein bisschen eher zum Ausdruck. Ja, da können wir uns drauf einigen. Also, wenn wir, alles, was du da gesagt hast, wenn wir es einfach noch, äh, mit einem, äh, zu dem Wählen dazu, äh, hinzufügen, dann unterschreibe ich das alles. Also, können wir alles gerne machen. Ja. Dann habe ich Hartgeld ins Gesicht, Jan Phil, für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Martin will dieses System nicht, wenn die AfD Zulauf bekommt und vielleicht sogar regiert, wird es den Leuten besser gehen. Wenn du aber dieses System abschaffen willst, dann willst du natürlich, dann willst du natürlich nicht, dass es den Leuten innerhalb des Systems besser geht. Äh, okay, äh, dazu hätte ich folgende Frage jetzt an Martin. Du hast einen Knopf, du kannst da drauf drücken. Entweder alles bleibt so, wie es gerade ist und, äh, wir werden diesen, äh, Zerfall jetzt weiter haben oder wir machen 100% AfD-Regierung. AfD hat die Macht über Deutschland und alles wird im Rahmen dieses Systems gut. Also, äh, diese kranken Zustände zumindest hier hören auf. Drückst du drauf? Also, es gibt zukünftig wieder zwei Geschlechter, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Genau. Ja, das ist das, ja, ich weiß, es ist alles irre, was jetzt gerade passiert, aber ich sag mal, die, mit der AfD würde ja, würde natürlich auch jeder Menge kranker Scheiß transportiert werden. Ich, ich, ich spreche nur mal das, das Geldsystem an, das wirklich die Ursache vielen, vielen Übels ist und ich weiß nicht, ob beispielsweise die AfD dieses Geldsystem als solches, ähm, bekämpfen werden würde und ich mach mir auch keine Illusion darüber, dass die AfD in Zukunft vielleicht nicht versuchen wird, wie alle anderen Parteien auch, Wähler in Anführungsstrichen mit der einen oder anderen sozialen Versprechung zu, zu locken und zu ködern. Das wird sie machen müssen und, ähm, dann wäre ich dann, ich sag mal, dann hätten wir zwei, vier, fünf, zehn Jahre hätten wir Ruhe, dann hätten wir hier so eine, in Anführungsstrichen, CDU-Regierung, die, äh, dieses und jenes vielleicht gut macht, nichtsdestotrotz würde dann natürlich wieder der Abstieg anfangen und das ist halt hier eben die, die große Frage, möchte ich das, möchte ich das verzögern, dass es jetzt vielleicht nochmal gut wird und dann geht's doch wieder bergab, ne, ich hab da so meine Zweifel, ob es sinnig wäre, dieses System eben, äh, diesbezüglich an einzelnen Stellschrauben nochmal zu, 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 zu verbessern, damit es für die Leute erträglicher wird. Ich denke halt wirklich tatsächlich, es sollte möglichst, ähm, unerträglich werden, damit die Leute sich von diesem System in seiner Gänze verabschieden und vielleicht, wie gesagt, nach, nach, nach neuen Formen des Zusammenlebens suchen, die dann vielleicht sagen, ja gut, äh, vielleicht sollten wir doch wieder kleinere Gemeinschaften machen, vielleicht sollte Demokratie, also das, was wir Demokratie nennen, auch wirklich mal gelebt werden, nämlich, dass Entscheidungen von denen getroffen werden, die es auch wirklich betrifft und dann eben, wie gesagt, auch nur so einen kleinen Kreis. Also es gibt ja hier die Theorie, dass Demokratie nur auf, weiß ich nicht, mit 100 Leuten oder sowas funktionieren könnte. Alles darüber hinaus, das, ähm, ja, entfremdet die Leute schon, äh, von, von, von Entscheidungen, die sie fällen müssen. Also ich möchte das nochmal, äh, klarstellen, also ich möchte, also ich bin Libertärer, ich, 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 ich lege kein Wert auf Herrschaft und so weiter und, ähm, ja, das betrifft auch eine Herrschaft der AfD. Jaja, aber dir ist das halt so wichtig und das wollte ich damit herausstellen, dass du dafür in Kauf nehmen würdest, dass wir halt alle drauf gehen, weißt du, weil so wie es momentan läuft, also ich bin froh, wenn ich nächsten Frühling noch lebe und ihr auch. Wisst ihr, also es könnte jetzt wirklich übel werden? Und, äh, sogar, sogar, wenn das quasi die Wahl ist, wir gehen jetzt in dieses absolute Elend rein oder die AfD regiert, sogar, du lehnst das System so sehr ab, dass du sogar dann noch sagst, ah, ich kann das nicht mit meinem Gewissen verändern. Also ich, ich, ich sage es jetzt mal so, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Zusammenbruch des Systems zu, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen so vielen Todesopfern führen wird. Wir wissen gar kurz vor dem Atomkrieg. Wir haben nichts mehr zu fressen. Wir haben keine Energie mehr. Wir, äh, wir werden Hungersnot bekommen diesen Winter wahrscheinlich. Die Lieferketten werden zusammenbrechen, wenn das mit dem Strom nicht mehr funktioniert. Mhm. Okay, und das kommt jetzt sowieso. Naja, also, ich hatte dir ja die Wahl gegeben, diesem Knopf quasi, dass wir das verhindern. Stattdessen halt AfD-Regierung, aber dasselbe System, weißt du? Ach so, ja, ja. Ja, das ist halt wirklich eine Frage, ne? Das ist natürlich so eine Gewissensfrage. Da würde ich natürlich sagen, also, um Menschenleben zu retten, ja, also, so habe ich das jetzt, so habe ich deine Frage jetzt nicht, 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 nicht verstanden. Okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich wollte halt eigentlich ergründen, wie weit du damit gehen würdest, halt mit diesem kompletten Idealismus, weißt du? Das sind so Dinge, ne? Ich lehne ja Macht ab und deswegen lehne ich auch solche Knöpfe ab. Ich möchte, ich möchte so. So kommt man aus der Nummer immer raus. Ich möchte, bitte? So kommt man aus der Nummer auf jeden Fall immer raus. Ah, das ist, es ist halt echt ein Problem. Ich möchte eigentlich für niemanden irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich denke, ähm, ja, ne? Das ist dann eben auch so, 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 so eine Frage an die völlig falsche Person gestellt. Was würdest du machen, wenn du jetzt die Macht hättest? Ja, dann würde ich euch alle in Ruhe lassen. Dann würde ich euch alleine sagen, kümmert euch um euren Scheiß und lasst mich gleichzeitig bitte auch in Ruhe, ja? Und, äh, ja, wie gesagt, also wenn, wenn, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, hier Leben zu retten, ja, dann würde ich dann wahrscheinlich ja hier auch, äh, meinen, an meinen idealistischen Motiven vorbei diesen Knopf dann drücken, ja? Aber ich würde mich dann, ja, da müsste ich mich dann dahinter irgendwie doch, äh, weiß ich nicht, äh, enorm anstrengen, um dann eben wieder die AfD zu bekämpfen, beziehungsweise dann wieder von vorne anfangen und eine möglichst freie, herrschaftslose Gesellschaft, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu propagieren. Alles klar, wir müssen weitermachen. Genau. Okay, alles klar. Äh, der Sturmführer gewagter Namen für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, an Martin, ich hege dieselbe Abneigung gegen das System, kein Libertäre, zu deiner Sache wegen den Protesten, der Schattenmacher hat ein gutes Video dazu gemacht, es bringt nichts, ohne dass die Forderungen nach oben getragen werden, die Forderungen nach oben getragen werden, politisch. Äh, wieder an Martin, welcher Protest hat denn bis heute Nachwirkungen? Welcher Protest hat die Politik wirklich zum Umdenken gebracht? Im Grunde ist alles untergegangen nach einer Zeit an mangelnden, an mangelnder Weiterreichung nach oben. Ich bin mir zum Beispiel nicht hundertprozentig sicher, ob die Entscheidung des Bundestages auf die Impfpflicht zu verzichten, daraus resultiert ist, dass hier in Deutschland doch über viele Wochen und Monate hinaus viele hunderttausend, um nicht zu sagen Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind. So, und man hat auch seitens der Mainstream-Medien erfahren können, dass hier der Druck auf den Sicherheitsapparat so enorm war, dass sich da wohl auch in den oberen Etagen so ein bisschen die Panik breit gemacht hat. Also ich meine tatsächlich, dass, äh, die, die, die Demonstrationen, die jetzt eben, wie gesagt, ähm, im letzten Winter stattgefunden haben, dass die tatsächlich etwas bewirkt haben. Und dazu muss man sagen, das waren in Anführungsstrichen nur eine Million Menschen. Das ist nicht besonders viel, ja, bei einem 80 Millionen, äh, Menschenvolk. Ich meine, in Kanada, da haben sie das Kriegsrecht aktiviert quasi, damit sie die Talker da wegbekommen haben. Ja, richtig. So, und was, was, ähm, ich denke, in Kanada ist Trudeau damit jetzt natürlich auch enorm unter Druck, ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ihm da jetzt so gut geht. Er ist ja jetzt auch kein Unumstrittener mehr. Also, dummerweise kriegt man hier in Deutschland ja so gut wie nichts mit, was eben in anderen Ländern passiert. Das ist ja hier mittlerweile echt wie in Nordkorea. Ja, schon, aber halt extrem gefiltert, ne? Also du kommst du gerade so wenige mit, aber extremst gefiltert. Das ist, das ist eben das, was ich sage. Das ist, das ist Nordkorea. Du kriegst hier einen Weltbild vorgesetzt, wo du dich, wo du dich fragen musst, ey, wer erfindet so einen Scheiß, ja? Also es ist ja, äh, ich sag mal, die Techniken, die hier angewendet werden, sind ja meistens die, dass man fundamentale Informationen einfach weglässt, ja? So, und, ähm, da erfährst du dann auch nichts von irgendwelchen, weiß ich nicht, ähm, ja, wie gesagt, hier im Mainstream hast du ja so gut wie nichts von diesen Trakerprotesten mitgekriegt. Also hier und da an jener oder eben an dieser oder jener Stelle vielleicht mal, äh, irgendwo eine Randnotiz, aber, äh, was da los war, das war ja, das war ja krass. Also ich hab ne, 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 ne Freundin, die wohnt in Kanada, also das war so ein, so ein, so ein, so ein, so eine richtige Volksbewegung, muss man sagen, ja? Und das wurde uns natürlich nur nicht verkauft, ne? Und das ist, das findest du mit allem, ja, auch die, 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 ähm, diese, 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 diese Bauernproteste jetzt in den Niederlanden, die da stattgefunden haben, ich meine, die haben doch tatsächlich bewirkt, dass jetzt der Landwirtschaftsminister zurückgetreten ist und ich meine auch diese, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine diese, diese, diese Stickstoffemissionsreduzierung, die ist jetzt wohl auch weitestgehend erstmal auf Eis gelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie komplett weg ist, aber ich meine gehört zu haben, dass eben, wie gesagt, dieser Landwirtschaftsminister zurückgetreten ist und sein Vorhaben dadurch eben, wie gesagt, nicht verwirklichen konnte. Ja, ich meine auch das, man stellt sich das hier irgendwie so harmlos vor, aber da wurde scharf geschossen auf die Demonstranten, ne? Und, äh, an dem Punkt, das ist meistens der Punkt, wo, ich glaube, sie das nicht mehr aufrechterhalten können. An dem Punkt, wo du scharf schießen musst auf deine eigenen Bürger, kannst du das System nicht mehr aufrechterhalten. Ja, und wir sind, ich sag's mal so, wir sind von diesem Punkt hier in Deutschland eben nicht mehr allzu weit entfernt. So, und ich denke, wie gesagt, wir wissen alle, was jetzt hier im kommenden Herbst, im kommenden Winter auf uns zukommt und, ähm, ja, das wird ja im Frühjahr nicht besser sein, wenn die Firmen erst einmal pleite sind und hier wirklich tausende, hunderttausende Leute auf der Straße sitzen, ja, beziehungsweise entlassen worden sind, ja, also ich, mir fehlt da jetzt gerade so ein bisschen die, tatsächlich die Fantasie, wie schlimm das hier eigentlich wirklich werden könnte, ne? Wobei ich, ähm, ne, man beobachtet jetzt ja gerade hier diese, 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 ich weiß gar nicht, ist das, ob das jetzt geschauspielert ist oder nicht, man beobachtet ja jetzt gerade hier diese, diesen, diesen Clinch zwischen Christian Lindner und Robert Habeck, es geht hier um diese drei Atomkraftwerke, die da jetzt wohl noch am Netz bleiben sollen oder eben nicht. Aber die werden das auch nicht abwenden, das ist zu wenig, zu spät. Also übel wird's jetzt. Übel wird es auf jeden Fall, aber die Frage ist, also meine, meine Theorie, wir hatten, wir hatten tatsächlich hier, ähm, der andere Lichtschlag, das ist hier der Chefredakteur und ich, wir haben ja auch so ein Format, ähm, auf Odyssee, äh, das Dachtheken-Duett und wir haben tatsächlich nach der Wahl letzten Jahr, äh, im letzten Jahr, also irgendwann im September noch, wir haben gesagt, es wird mit den Grünen, ob wir es glauben oder nicht, ein Comeback der Atomenergie geben, ja. Und von Kohle, und von Kohle, ne, wir kaufen wieder Kohle aus Südafrika. Aber, äh, und zwar das folgende, äh, Hintergrund, ihr kennt doch den Sinnspruch, nur, ähm, Nixon konnte nach China gehen, ja, und die, ähm, damit wird ja im Prinzip gesagt, ja, es war ein Konservativer, der nach China gegangen ist und der konnte eigentlich nur die, ähm, Dinge umsetzen, die, die sich die Demokraten, die Linken gar nicht getraut hätten. Das ist hier in Deutschland ganz, ganz ähnlich, also überleg dir mal. 1998, ähm, als die rot-grüne Regierung an die Macht gekommen ist, so, die waren die Ersten, die die Bundeswehr in einen Kriegseinsatz geschickt haben, ja, diese, diese sogenannte Pazifistenpartei. So, Angela Merkel war es, die hier die Tore scheunenweit aufgerissen hat und alle Migranten hat reinkommen lassen. Ja, und, äh, Angela Merkel war auch diejenige, die eben, wie gesagt, hier, ähm, sich von der Atomenergie verabschiedet hat. Das wären eigentlich alles so Dinge gewesen, die man eigentlich der anderen Partei zugetraut hätte, ja, aber die dann auf keinen Fall von der anderen Partei hätten gemacht werden können. Das musste dann schon, wie gesagt, im Fall der Migration musste, dass die CDU tun, im Fall der, äh, des Kriegseintritts müsste, äh, hätte es, äh, nur von der, von der, von, 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 von rot-grün kommen können, ne? Also, da... Klar, wenn die Konservativen Krieg machen, ist böse, ja. ...eine Partei des anderen sozusagen. So nach dem Motto, ach ja, komm, hier, die CDU hat's getan, wunderbar, dann ist, dann ist das ja irgendwie konservativ, ne? Also, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar, klar, das war ein Schurzgeschwind. Wisst ihr, was ich glaube, was wir machen müssten? Wir müssten mal einen Kasper-Cast machen, wo man halt wirklich einfach stundenlang über all diese Themen reden könnte. Ähm, ja. Das würde eigentlich perfekt passen, auf Twitch, äh, machen wir es immer. Klar, aber wir müssen hier demnächst den Booster zünden, ne? Also, ich meine, du hast doch noch ein paar Beiträge, wir müssen wirklich einen Zahn zulegen. Also, weil ich will das kommen, dass wir um, um, äh, 22.30 Uhr noch sitzen. Ja, ich, ich, ich würde, ich würde auch sagen, ich, ich, ich hab ja Frau und Kinder eigentlich. Ja, dann, Sturmo, dann jetzt einfach im Schnelldurchgang. Nicht auf ne, auf ne, auf ne, auf ne einfache Frage. Okay. Mit irgendwie 40 Sätzen und einer Diskussion, sondern einfach, wer die Fragen, der Fairness halber, müssen die noch gestellt werden. Okay, äh, lassen wir alles so stehen. Censored by Big Brother für 25 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt Martin Meddel. Wie stellst du dir eine Dezentralisierung vor und wie stellt man sicher, dass so ein Konstrukt nicht Stück für Stück durch aufstrebende Kräfte unterwandert, beziehungsweise übernommen wird? Sei es durch Subversion a la Schwab oder einfach durch Gewalt? Tja, äh, freies Waffengesetz. Jeder darf Waffen tragen, so viel er kann. Da hätte ich ja auch Bock drauf. Ja, ich meine, das ist, das ist tatsächlich, kurz zum Gefasst, ist das ein, ein ziemlich überzeugendes Argument. Ja. Also, damit könnte mich... Das erschwert die Sache, ungemein. Damit könnte man mich auf jeden Fall kriegen. Du hast schon mal gerade zum Spiegel gemacht, Martin. Bitte? Du hast schon mal gerade zum Spiegel gemacht, lieber Martin. Dann kriege ich Waffen, endlich. Momentan muss ich irgendwie so einen Tomahawk-Exten und so weiter vorlieb nehmen. Dann kriege ich eine Wumme. Das ist doch alles Kinderkram, ne? Also, ich finde, in jede gut sortierte Garage gehört eine Gatling, ne? Also, mindestens. Dann habe ich Disintegration für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Martin. Was hältst du von der Idee einer Nichtwähler-Partei, die nichts macht, außer nichts zu tun und alle neuen Gesetze zu blockieren und nicht koaliert? Hat Herr Lüning mal als Gedankenexperiment in den Raum gestellt? Also, ich war ja mal Mitglied der PDV und im Prinzip haben wir Ähnliches beabsichtigt, ne? Also, im Prinzip, wir wollten an die Macht, um dann nichts zu tun mit der Macht. Also, super Idee. Dann habe ich auch Nissen erst für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Martin. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Pfulsk? Der Berliner oder das Berliner Schmählied ist der Hammer. Danke für den tollen Ohrwurm. Ja, gerne. Vielen Dank für die Blumen. Also, ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal erzählt. Mich hat ein ehemaliger Facebook-Freund angeschrieben und hat mir gesagt, ja, hier aus dem Dunstkreis, also aus eurem Dunstkreis Honigwabe, da gibt es jemanden, der macht eben diese Akademie und ich solle mich doch mal an ihn wenden, wenn ich denn hier mit meiner Schlagerkarriere weiterkommen möchte. Und, ja, wie gesagt, dann habe ich das getan. Ich habe mich dann irgendwie bei Discord irgendwo angemeldet, bin dann in die Gruppe gekommen, habe dann meine ersten beiden Schlager postet und dann haben die Leute in dieser Gruppe dann den Pfulsk selber angeschrieben und, ja, der hat sich dann meiner direkt angenommen und, ja, mit mir dann dieses Lied verwirklicht. Dann habe ich etwas von Dion für 10 Dollar, ein Zweiteiler, vielen Dank. Er schreibt, die Nichtwähler werden sich nochmal umsehen, wenn die ersten muslimischen Parteien hier antreten. Solange es aggressive Gruppen gibt, die dein Prinzip von Lass mich in Ruhe nicht teilen, vor allem, wenn diese rasant wachsen, ist dein Idealismus nichts weiter als Masochismus mit einer langen Ladezeit, wie beim Pazifismus. Sorry, ganz, ganz kurz dazwischen. Ich habe gesehen, es kam gerade schon wieder ein super Chat rein mit Ed Martin. Bitte jetzt ist, also den machen wir natürlich noch, wir machen das alles noch durch, aber bitte ab jetzt nichts mehr zum Thema Martin. Wir haben wahrscheinlich eine ganze Menge zum Abarbeiten. Das Thema Martin ist hiermit bei den Super Chats leider beendet, Freunde. Müssen wir dann vielleicht im Kaspar-Kast, vielleicht ein andermal. Ich danke euch vielmals. Sollte ich jetzt noch was sagen? Sorry, Martin. Sorry, ja, ich muss loswerden. Nee, die Frage nochmal. Die Frage nochmal, okay. Die Nichtwähler werden sich nochmal umsehen, wenn die ersten muslimischen Parteien hier antreten. Solange es aggressive Gruppen gibt, die dein Prinzip von Lass mich in Ruhe nicht teilen, vor allem, wenn diese rasant anwachsen, ist dein Idealismus nichts weiter als Masochismus mit einer langen Ladezeit, wie beim Pazifismus. Ich möchte dazu sagen, ich glaube, hier findet so ein bisschen eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Also ich als Nichtwähler bin ja wirklich ganz, ganz, ganz unten in der Nahrungsmittelkette. Die Dinge, die hier passieren, haben nicht wir Nichtwähler zu verantworten. Diese Dinge, die hier passieren, hat das in erster Linie das System selbst zu verantworten. Dann die Parteien, die sich in diesem System breitgemacht haben. Dann die Politiker, die sich in diesen Parteien breitgemacht haben. Und dann eben die Wähler dieser Politiker, beziehungsweise der Parteien. Ja, ich als Nichtwähler, was habe ich denn getan? Ich habe nichts getan. Die Leute, die hier aktiv sind, die sind schuld an dieser Scheiße. Nicht ich, ja, also... Es gab schon mal eine Zeit, wo du im Nachhinein gesagt hast, ich habe doch gar nichts gemacht. Die haben alle gesagt, haben wir in Nürnberg aufgehört, ja. Aber ich habe wirklich nichts gemacht, ne? So, und wie gesagt, es ist, wie es ist, ne? Die Wurzel ist das System, nicht ich, ne? Also das ist einfach, ne, das fährt vom falschen Ende aufgezäumt, wie man so schön sagt. Dann habe ich schon... Sorry? Ne, ich würde nur sagen, beschwert euch bei den Wählern, nicht bei mir. Meine Güte. Also bei uns. Dann habe ich schon, Sina, ich weiß schon, 12 Dollar, vielen Dank, er schreibt. Frage an Martin. Ich verstehe deine Definition von einer Wahl nicht. Wenn man nie eine Wahl hat, also es geht quasi um das Wort Wahl jetzt, ne? Wenn man nie eine Wahl hat, wenn man nicht zwischen unendlichen, unendlich vielen Dingen entscheiden kann, dann gibt es de facto so etwas wie eine Wahl nicht, nicht nur im politischen Sinne, sondern überhaupt nicht. Also wenn quasi, genau, wenn Wahl heißt... Du musst halt ganz, ganz viel Auswahl haben, ne? Dann kratzt das halt eine Definition. Ich kann dir auch die Wahl geben, ob ich dir in die Eier treten soll oder dir eine scheuern soll, ne? Nein. Ich habe das schon verstanden, aber guck mal, ähm... Wie gesagt, eine Wahl wäre jetzt hier in diesem Zusammenhang eben, ähm, dass ich das bekomme, was ich wähle, ja? Ja, also da brauche ich keine unterschiedlichen, ähm, äh, also brauche ich nicht unendlich viele Angebote. Wenn ich vier, fünf Angebote habe, ja? Und ich, ich sag mal, wie gesagt, mich für das Schnitzel entscheide, dann kriege ich dieses Schnitzel. Jetzt übertragen auf unser politisches System, äh, wenn ich die AfD wählen würde, würde ich die AfD auch bekommen, ja? Ja, und diejenigen, die dann glauben, die Grünen wählen zu müssen, würden auch die Grünen bekommen, würden dann halt hier, was weiß ich, teuer Sprit bezahlen, würden, äh, ein Flugverbot aufgedrückt bekommen. So, ich als AfD-Wähler dann natürlich nicht. So, also das war meine Definition von Wahl, ne? Das wäre auch, es wäre auf jeden Fall ein sehr lustiges System, wenn quasi nur die Regeln, die die eigene Partei dann für dich erlässt, quasi für dich gelten würden. Es wäre, es wäre, es wäre wahrscheinlich sogar ein System, von dem ich dann sagen würde, das wäre vielleicht sogar, ähm, machbar, ja? Man müsste halt gucken, wie sowas zu verwirklichen ist, ähm, ja, aber wie gesagt, äh, wir müssen ja kurz, uns kurz fassen, also können wir ja ein andermal drüber reden, äh, ja, wie gesagt. Ägyptischer Panda, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Martin, hast du heute schon Käse gegessen? Wenn ja, welchen? Wenn nein, warum nicht? Okay, erstmal das. Käse. Käse, ne, heute, doch, hab ich Camembert. Ne, hier, diesen, 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 diesen einen von Aldi, diesen, diesen Gérard-Mont-Verschnitt auf Brötchen. Ah ja. Äh, was ist dein Lieblingskäse? Mein Lieblingskäse, ja, weiß ich nicht, da hab ich jetzt, glaub ich, hm, da hab ich, glaub ich, gar keinen. PS, isst mehr Käse, Panda, made Ella Heschler. Okay. Ich ess mehr Käse. Besser ist. Und mehr Pulled Pork, bitte, das ist, das ist wichtig. Dann hab ich das Hader-Chromosom für 10 Dollar erstmal, vielen Dank, es schreibt, für Martin bestimmt. Erstens, Unbox-Frage, also das ist die Frage, wo wir dich fragen, ähm, wenn wir MMA-Regeln machen und, äh, dir halt so Boxern-Schuhe geben, diese kleinen MMA-Dinger und so weiter und, äh, dich antreten lassen gegen eine beliebige Zahl von Frauen in diesem Ring nach MMA-Regeln, wie viele Frauen könntest du da schaffen? Einvernehmlich. Einvernehmlich. Einvernehmlich? Ja, also die Frauen wollen das auch, es geht um, keine Ahnung, es geht um Millionen oder so. Genau. Also ich weiß, genau. Ich, ich, ich befürchte, ich verstehe die Frage nicht. Okay, okay, ich, ich formuliere sie nochmal anders. Martin, wie viele Frauen kannst du umboxen? Keine Ahnung, ich hab das noch nie probiert. Okay, glaubst du, du wirst mit einer durchschnittlichen Frau fertig? Wenn es jetzt heißt, so, wir beiden jetzt Faustkampf. Ja, ich denke schon, warum? Zwei? Schaffst du zwei? Möglich, ich hab keine Ahnung. Da wird's schon eng. Okay, das Ganze geht jetzt endlich auf den Meme zurück. Also ich hab das irgendwann mal als Frage etabliert. Zu der Zeit, als das erstmalig aufkam, dass zwischen Männern und Frauen gäbe es angeblich eigentlich gar keinen Unterschied. Ja, das ist ja für mich immer so ein Combo-Breaker, weil spätestens da endet diese Geschichte. Weil jedem ist klar, dass, also, jeder normale Mann, der kann eine normale Frau umklatschen. Na, geht nicht um eine Hochtrainität oder ähnliches. Ja, ja, stimmt mal. Und seitdem wird diese Frage quasi jedem Gast gestellt. Irgendwelche aus dem Supermarkt. Wir gehen in den Supermarkt vorher und fragen halt Frauen, hey, willst du 10.000 Euro gewinnen? Dann komm mal hier in den Boxring. Also so würden wir die auswählen. Oh, ja. Also, wie gesagt, ich hab keine Ahnung. Ich bin relativ groß, ich bin relativ schwer. Ich hab Kinder, die trage ich dauernd durch die Gegend. Das macht dicke Arme. Dann schaffst du wahrscheinlich ein paar. Ja, ich schätze schon, komische Frage. Ich bin etwas irritiert, naja. Okay, nächste Frage wird sehr eigenartig. Das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen des Sozial-Normalen verlassen, was er jetzt fragt. Du musst wissen, das ist ein Meme. Also erst mal, ist der der Drachenlord ein Begriff, wird gefragt. Ey, weißt du, ja, mir ist der ein Begriff, aber ich hab den wirklich absolut permanent, dauernd, vollständig ignoriert. Und ich hab jetzt, ich glaube, erst am Freitag meinen Kollegen gefragt, was es mit diesem Typen eigentlich auf sich hat. Weil ich das wirklich absolut nicht verfolgt hab. Ich hab irgendwie, er hat mir dann halt erzählt, ja, der hat sich wohl mit jedem möglichen Menschen auf seinem Videostream angelegt. Hat alle Leute beleidigt und so weiter. Und hat den Leuten gesagt, ja, kommt doch her, wenn ihr was wollt. Und, keine Ahnung, irgendwie so eine total kaputte Existenz, ja, für die ich dann wahrscheinlich auch noch Sozialhilfe mittels Steuern zahlen muss. Äh, ansonsten, ja, er ist mir ein Begriff mittlerweile, ja. Okay, und das nächste ist jetzt eine Anspielung halt auf den Drachenlord. Äh, nur dass du das irgendwie einsortieren kannst. Und hast du dir schon mal ein Gemüse, wie zum Beispiel ein Rettich eingeführt? Nein. Die wirklich, die werden halt auch die wirklich wichtigen Fragen gestellt, Martin, ja, das darfst du nicht vergessen. Aber jetzt ist diese Info da draußen. Also jeder, der jetzt mal irgendwie deine Biografie verfasst, der kann jetzt auf diesen Streamer zurückgreifen und kann sagen, nein, hat er nicht. Ich meine, wir hatten ja schon den Wahlkampfleiter von Trump und den ehemaligen Vizekanzler von Österreich sitzen. Und wenn man dann mit solchen Sachen hier konfrontiert wird, ist das, also, ich kann ja nicht den Vizekanzler von Österreich fragen, ob der sich schon mal ein Rettich eingeführt hat. Trotzdem kommen dann diese Superchats. Da sagen wir dann meistens, okay, bitte diesmal nicht sowas. Dann habe ich Ruin Kuma nochmal für 25 Dollar. Vielen Dank. Ja, nochmal, genau, der hat das schon mal eingeschrieben. Das habe ich extra notiert. Ich dachte, ich mache das ganz am Ende. Dann müsstest du jetzt einmal zurückgehen, Schlumhof, weil der hat schon mal eingeschickt. Den hat er nicht markiert, aber der war für Martin. Ah, ja, ich habe hier noch einen als Martin markiert. Also, da steht Martin drin. Da steht nicht am Anfang Martin, aber es steht drin. 25 Dollar, vielen Dank, er schreibt. Vielleicht gleich du mal auf, ob das dasselbe ist, während ich das vorlese. Das weiß ich nicht, aber ich nehme jetzt mal an. Wenn es nicht das erste Wort ist, dann wird das passen. Wenn es nicht lange ist, dann eine Frage an Martin. Was hältst du von der aktuellen Degeneration? Und wie können wir dieser entgegenwirken? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe neulich jetzt auch wieder vorgestern, gestern bei Facebook so ein Foto gesehen. Und da wurde ein und dieselbe Stelle in Düsseldorf fotografiert. Ein Foto, das aus jetzt hier aktuellen Tagen kommt, also 2000 schlag mich tot. Und eines, das so um die Jahrhundertwende aufgenommen worden ist. Und da muss ich ehrlich sagen, also es macht mich, keine Ahnung, also es erschüttert einen, wenn man mal diesen direkten Vergleich hat, wie die Welt seinerzeit ausgesehen hat. Also architektonisch und so weiter. Also das waren, also du siehst ja das eine Foto an und du siehst richtig gehen, das wirkt wie eine Märchenwelt. Ja, mit so einem schönen, weiß ich nicht, Weiher unter einer Brücke und ein paar Skulpturen und einem schön angelegten Garten, wo dann 100 Jahre später irgendwie so eine Betonwüste steht und im Hintergrund so einen Plattenbau. Und da denke ich, das ist für mich wirklich ein Beleg dafür, dass die Menschen in Anführungsstrichen degeneriert werden. Also ich halte diese Architektur, die man uns hier zumutet, auch für, wenn du so willst, naja, wie soll ich sagen, auch für eine Methode der Kommunisten, die Leute zu demoralisieren. Ja, ich mach immer, also ich sag immer, diese Bauten sehen so aus, als hätte eine feindliche Alienspezies die Macht übernommen und wollte uns das jetzt quasi so reinreiben. Ja, genau, genau so kommt es mir vor, also wobei ich da denke, da spielt Demoralisierung noch eine ganz, ganz große Rolle. Und das geht hier ja schon, ich sag mal, ein paar Jahrzehnte, das geht ja nicht erst seit die Grünen jetzt hier zum ersten Mal in der Bundesregierung gewesen sind, das geht schon länger. So, und das macht einen auch, also mich kotzt das an, also diese Bemühungen dieser Leute, uns hier so, ja, wie soll ich sagen, so kaputt wie nur möglich zu machen und sich dann eben auch solcher Dinge zu bedienen. Deswegen mache ich zum Beispiel schönen Schlager, um die Herzen zu erheben, wenn du verstehst, was ich meine. Und da ist jeder angehalten, diesbezüglich ähnlich zu handeln, schöne Dinge machen, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, hier diese Welt, so wie wir sie jetzt gerade präsentiert bekommen, ein bisschen besser erscheinen zu lassen. Dann geht's noch kurz weiter, macht weiter und zockt mich ab, ihr Lieben, an Alex von RDE. Bleib in deiner Irrelevanz, da gehörst du hin. Die Leute sind richtig in Rage, die Leute wollen Krieg, so ein bisschen, ne. Dabei will ich nicht, also wie gesagt, alle schön entspannt bleiben, das ist ja in gewissermaßen Friendly Fire, diese Geschichte hier, ne, das ist ja im eigenen Lager und so. Ich find das nur lustig, also mir macht das nicht zu schaffen oder so. Ja, mir ist das sowas von egal, also alles entspannt. Also ich denke auch, also ich denke, äh, ich weiß nicht. Nee, jetzt kommen wir durcheinander, Martin, das geht jetzt gar nicht um dich, es geht um einen Typen namens Alex, der die Honigfarbe dafür kritisiert hat, dass wir hier eine Spendenfunktion haben, um das mal ganz kurz zu machen. Oh, Entschuldigung. Mit dir ist sowieso Liebe und Frieden alles bestens. Also kritisiert, kritisiert ist gut, aber egal. Ähm, ja. Genau, zack. Kaspar, nee, censored by Big Brother für 25 Dollar nochmal, vielen Dank, schreibt Kaspar Quickie mit Martin. Freie Waffen, okay, okay. Das müsste genau der letzte sein, das ist genau der, den ich gesehen habe, bevor ich verknüpft habe, jetzt muss Freiamt sein. Genau, ich bin jetzt halt wieder, also ich hab gerade geflasht halt, ne, jetzt bin ich oben. Äh, äh, Kaspar Quickie mit Martin. Freie Waffen sind gut, aber das bringt nichts, wenn es keine Organisation dahinter gibt. Jede militante, organisierte Gruppe steckt losen Widerstand mühelos weg. Das reicht schon, oder, ja, das reicht schon, wenn da Geldgeber hintersitzen. Panzer sind besser als Gatelings. Ähm, ja, aber es gibt auch so tolle Erfindungen wie Minen. So, und Minen sind ganz effektiv gegen Panzer. Seid kreativ. Also, seid kreativ, ne, also, äh, du musst dir nicht nur eine Gatling kaufen, du kannst dir auch Minen zulegen. Ähm, und, ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube, es, äh, es ist der Horror eines jeden, eines jeden Kriegsherren, äh, in ein Land einzumarschieren, in dem die Bevölkerung unter Waffen steht. Ja, also, das ist einfach der Horror, du, du, das ist völlig unkalkulierbar, ähm, ich sag mal, als, 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 als Kriegsherr hast du ja die Möglichkeit, ich sag mal, was weiß ich, ähm, die feindlichen Stellungen zu beobachten, du siehst, was der an Material hat, du siehst, was der an Soldaten hat, äh, wenn du in ein Land einmarschierst, in dem du weißt oder davon ausgehen kannst, dass jeder über irgendeine Art von, irgendeine Art von Waffe verfügt, dann ist das für dich ein völlig unkalkulierbares Risiko Und das würde eigentlich so gut wie, äh, niemand, ähm, versuchen, so, und, äh, dazu, wenn ich ganz kurz noch was dazu sagen darf, ähm, es gibt ja immer diese, 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 diese Behauptung von irgendwelchen Volllappen, wenn wir hier ein liberales Waffenrecht hätten, dann würde hier doch, dann würden hier doch Wild-West-Verhältnisse herrschen. Ja, und was diese Leute wirklich nicht verstehen oder nicht verstanden haben, diese, diese, diese Märchen davon, dass es im Wild-Westen, ja, so wild zugegangen ist, äh, das ist Bullshit, also das ist Hollywood, das ist Propaganda. So, die Leute hatten damals Waffen, viele Leute hatten Waffen, um sich eben, wie gesagt, äh, was weiß ich, wild zu schießen oder sich vor, was weiß ich, wem zu verteidigen Und es gab einfach gar nicht das Geld, äh, 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 dass die Leute, ich sage jetzt mal hier groß rumballern konnten. Ich glaube, es, wir haben hier tatsächlich mal ein Buch rausgebracht, der gar nicht so, der nicht so wilde, wilde Westen, und darin wird dann eigentlich aufgedröselt, dass, obwohl die Leute so vollständig unter Waffen waren, die Zeiten damals doch weitestgehend friedlich gewesen sind. Und dasselbe betrifft übrigens auch die USA selbst, ja, da wo, ähm, ich sage mal, besonders restriktive Waffengesetze herrschen, da hast du auch relativ viel Waffengewalt und Tote durch Waffen, ja, also in Chicago zum Beispiel, Illinois, das hat eines der schärfsten, ähm, Waffengesetze in den ganzen USA und hat gleichzeitig auch die höchste Mordquote durch Waffen. Klar, das hat natürlich noch was anderes, äh, scheiße, jetzt verlängere ich es, aber das hat natürlich noch was anderes, also da ist ja noch ein anderer Faktor, der jetzt, äh, je nachdem, wo man sich unterhält, nicht gesellschaftsfähig wäre, aber... Also, um das mal so auszuführen, ich habe mir sagen lassen, dass, wenn die, wenn das amerikanische Volk andersartig zusammengesetzt wäre, dann hätten sie wohl eine Mordquote, die ungefähr der von Belgien entspräche, entspräche. Das weiß ich nicht, das ist... Das soll wohl so sein. Also, ich meine, um das Kind beim Namen zu nennen, in Chicago schießen sich schwarz über den Haufen. Obwohl das eine Gunfree-Zone ist. Und zwar quasi ausschließlich schwarzer, ist halt leider so. Und andere schießen die, aber, äh, am anderen Ende der Knarre ist halt quasi immer ein schwarzer. Das ist möglich, das ist durchaus möglich, kann sein, weiß ich nicht. Also, habe ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigt, aber ja, wir haben natürlich hier, äh, diesbezüglich ja schon, äh, ja, wie gesagt Probleme, aber ich denke, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich denke, auch der Staat, der sollte da nie aus den Augen gerückt werden als Ursache vieler Probleme, die man dort hat. Ja, also ich möchte dazu sagen hier, du hast ja in den Vereinigten Staaten eine unheimlich hohe Quote an Inhaftierten und das sind dann auch ziemlich viele Schwarze. Aber ein sehr, sehr großer Teil dieser Inhaftierten sitzt wegen Gras im Knast. Nein, 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 auch wegen Gras. Die sitzen nicht, weil sie mal eingekifft hat. Ja, genau, häufig werden sie dann erwischt, also die haben dann, keine Ahnung, Drive-By-Shooting, haben irgendwie mit der Uzi auf, keine Ahnung, zehnjährige Kinder geballert und dann wurden sie halt festgenommen, hatten Gras dabei. Und dann sagt die Presse halt, ja, aber häufig sind es schwere Verbrechen und die Presse macht dann aus diesen Fällen, es ist wegen Gras, weil das halt auf die Delikte draufkommt, wenn die bei der Verhaftung welches hatten. Wobei ich, ich meine, da hat Trump diesbezüglich doch, war das nicht er, der da diesbezüglich was gesagt hat, so nach dem Motto hier, oder vertue ich mich jetzt gerade? Ja, das ist durchaus möglich. Ich meine, auch der muss natürlich irgendwie alle Wähler ansprechen. Ja. Also, die Schwarzen in den USA sind jetzt auch nicht die Wurzel allen Übels, aber wenn du dir zum Beispiel Larry Elder anhörst, das ist ein schwarzer ehemaliger Radiomoderator und Jurist, der haut öfter mal Quoten raus und ich kann es jetzt nicht genau wiederholen, aber es ist ungefähr so, er nimmt da mal als Paradebeispiel Baltimore, da ist, glaube ich, die Bevölkerung ist da 30 Prozent, 30 Prozent, 30 Prozent. Es ist wenigstens weiße, schwarze. Und über den Haufen schließen sich dort quasi 80 oder 85 Prozent oder sowas. Der Todesopfer sind Schwarze, gestorben durch schwarze Hand. Es gibt da auch keine weiße Gang. Es gibt da ein Problem in der Community. Es gibt auch keine weiße, irgendwie kriminelle Gang, die sich über den Haufen schießt. Ja, im Knast, die Aryan Brotherhood. Ja, im Knast, die Geschichte. Aber die sind halt im Knast, ne? Ich meine, das ist halt auch nur, weil im Knast halt alles auf Steroiden nochmal aufgedreht wird, ne? Und da halt auch dieser, sag mal so, mein Punkt ist... Also, rassische Segregation im Knast, ne? Ist ja auch total wichtig, also, ja. Mein Punkt ist halt, Amerika ist nicht wirklich ein Werbetrailer für ethnische Heterogenität, ne? Es ist eher ein abschreckendes Beispiel. Südafrika auch nicht. So, nächste Frage. Ja. Darfst nichts mehr sagen, nächste Frage. Nee, ich sehe es nach wie vorgekommen. Ich weiß, Robo Limeos, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Ed Martin. Wie kann man so basiert und bei dem Thema Wahlen so weltfremd sein? Traurig, Hashtag Alex ist doof. Ja. Okay, Alex ist doof, nicht Martin. Martin ist cool, aber, ja, ja, genau. Also, Martin ist cool, aber Martin ist ein bisschen selbstweltfremd. Ja, das ist, das ist, wie soll ich, wie soll ich sagen? Ich muss jetzt, ich muss jetzt natürlich auch wieder die Kommunisten und die, wie soll ich sagen, die Linken heranziehen. Ich weiß schon, dass meine Vorstellungen hier oder meine Erklärungen hier vielleicht dem einen oder anderen sauer aufstoßen. Ich möchte diesbezüglich dann auch nochmal auf dieses eine Video verweisen. Bei Radio München, die Psychologie der Verschwörungsleugner. Hört euch mal 18, hört euch diese 18 Minuten mal an und versucht zu ergründen, ob ihr euch in diesen 18 Minuten wiedererkennt. Was ich sagen wollte ist, ich habe ja als Libertärer hier jetzt bei euch in dieser Sendung, wenn du so willst, die Aufgabe, den Libertären Nordstern zu verkaufen. Also das heißt, die Idealvorstellung, die, ich sag mal, den Libertären ausmachen, so und das ist das, was ich tun kann, tun muss. Ich kann nicht, also wie gesagt, meine Bestrebung ist ja die, dass wir irgendwann in, was weiß ich, ein paar Jahren, Jahrzehnten, was weiß ich, vielleicht auch Jahrhunderten, irgendwann einmal eine Welt haben, die dann auch wirklich, wirklich frei ist, ja, wo Herrschaft weitestgehend beseitigt ist. Ich weiß nicht, das ist, wie gesagt, weltfremd, aber ich kann jetzt aus der Position, in der ich jetzt gerade bin, ich kann jetzt nicht schon anfangen zu relativieren und zu sagen, ja, ich bin für die totale Freiheit, aber Moment, wir sollten jetzt vielleicht doch erstmal wählen. Also ich verkaufe hier, in Anführungsstrichen, ich verkaufe hier die Idealvorstellung, die ich habe. So und ich kann, wie gesagt, jeden verstehen, der gerne wählen gehen möchte, das ist, ich bin damit okay, ja, ich habe auch Freunde, die gehen wählen. Ich habe auch Freunde, die sind selbst in der AfD sogar relativ viele, ob man es glaubt oder nicht und, ja, wie gesagt, es ist einfach eine Idealvorstellung, die ich hier verkaufe und das machen die Kommunisten und die Linken, das haben die auch die ganze Zeit gemacht und getan. Die verkaufen Idealvorstellungen, wenn du so willst, ja, ja, genau. Ich glaube, ein Wunder ist passiert und wir sind tatsächlich durch. Wow. Alles klar. Martin, dann danken wir dir vielmals. Wir würden auch jetzt schnell übergehen zum nächsten Thema. Vielen, vielen Dank nochmal. Hast du letzte Worte, bevor ich dich verabschiede? Ja, also im Prinzip ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und ja, ich würde auch zu einer in Anführungsstrichen Wiederholung nicht Nein sagen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal wieder hin. Ich weiß nicht, hier irgendjemand hat da was vom Kaspar-Talk gesprochen. Ja, genau, der Kaspar-Cast ist halt auf Twitch, ne? Also da labern wir halt stundenlang rum, ne? Das ist halt im Endeffekt einfach nur ein, wir quatschen. Ja, 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 ja. Wie gesagt, also wenn es sich zeitlich bei mir einrichten lässt, dann sicher gerne. Wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, die Leute nehmen mir das jetzt nicht allzu übel, dass ich, ja, wie gesagt, dem Wählen nicht so problematisch bin. Positiv gegenüberstehe. Ja, wie gesagt, jeder versucht, was er kann, um diese Welt vielleicht doch noch ein bisschen besser werden zu lassen. Und ja, dafür wünsche ich uns allen viel Erfolg, ne? Ja, vielen, vielen Dank, Martin. Der großartigste Schlagersänger in diesem Universum. Wir danken dir vielmals. Genau, und wir gehen jetzt über zum nächsten Thema. Sollen wir in den, äh, anderen Call gehen? Land der Woche müsste jetzt kommen. Nee, nö. Achso, weil so, ich weiß ja nicht, ob irgendwie ein Unfall... Alles klar, alles klar. Gut, äh, genau, das Land der Woche. Um fünf vor acht. Äh, hier ist das Intro für euch. Das Land der Woche. Tja, Kasper, hast du dir schon Gedanken gemacht, was es sein könnte diese Woche? Nein. Ich wollte gerade was Schlaues sagen, dann fühl mir nichts ein. Nein. Also, um ehrlich zu sein, nein. Ich hab mir keine Gedanken gemacht. Das Land der Woche ist diesmal eigentümlich frei. Nee, ich hab das nur noch hier drüber. Äh, erst einmal will ich darauf hinweisen, dass die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer jetzt, äh, der Greta die Leviten gelesen hat, weil Greta ja so ganz... Dazu kommen wir in Noriwitz, geil, ja. So ganz, ganz vorsichtig mal gesagt hat, okay, Leute, jetzt habt ihr nichts mehr zu fressen, die Russen liefern euch kein Gas mehr, ihr verbrennt wieder Kohle, vielleicht Atomkraft, vielleicht, ne? Also, ich fand das etwas komisch, wie zaghaft das dann immer kommt. Ganz gefährlich. Ich meine, sie denkt doch angeblich, die Welt geht unter. Die Welt, also, das ist ja ihre Position, sie würde mir da nicht mal widersprechen, glaube ich. Die Welt geht unter und wir werden alle sterben, wegen dieser Geschichte. Und dann, äh, ist ihr Einsatz für das, was das mit ziemlicher Sicherheit verhindern könnte in ihrem Weltbild, na vielleicht, ja. Also, es wirkt halt so, als wenn sie einfach nur ein Sklave wäre von diesem linken System, ne? Der vielleicht, äh, sich wirklich ernsthafte Gedanken macht oder, äh, eigene Ansichten hat und Überzeugungen hat, die ehrlich gemeint sind, aber eigentlich will er halt schon auch diesem System gefallen. Trotzdem hat das gereicht, dass sie mal so ein bisschen gesagt hat, na, Atomkraft, denkt nochmal drüber nach, dass Luisa Neubauer geantwortet hat mit einem gelben X. Dieses gelbe X, also, äh, sie ist damit aufgetreten, das ist ein Symbol gegen die Atommülltransporte. Das haben die bei diesen Demos da und so weiter, ne? Damit drückt man aus, dass man gegen Atomkraft ist, weil man, äh, ja, keine Ahnung, sich da irgendwie auf die Schienen legen will und diese Atommülltransporte verhindern will. Das wird allerdings ebenfalls bei den Protesten gegen Braunkohleförderung benutzt. Allerdings ist es prominenter bekannt bei diesen Atommülltransportprotesten. Insofern wird davon ausgegangen, also, sie hat kein Wort dazu gesagt, äh, dass sie direkt danach dieses Symbol hatte, das war eine Botschaft an Greta, dass sie ihre Sch*** f*** halten soll. Ja, Schotts feiert. Ähm, die westlichen Eliten, also, ich rede jetzt über das Land der Westen, planen momentan, wie man denn die Bevölkerung darauf vorbereiten könnte, wenn die Russen eine Atomwaffe in der Ukraine einsetzen. Äh, es geht ihnen darum, dass sie nicht aus den Städten fliehen, weil sie Angst haben, dass ihre Stadt halt die nächste sein könnte. Und es geht ihnen darum, dass sie nicht Panikkäufe machen und so dann die Infrastruktur, äh, zusammenbricht. Also, für so realistisch hält man offenbar dieses Szenario. Die russische Regierung bereitet unterdessen ihre eigenen Bürger auf Strahlenerkrankungen vor. Die hängen jetzt in verschiedenen Shoppingmalls, äh, U-Bahn-Stationen und so weiter. Diese Zettel hier hin, wo halt draufsteht, wie man sich verhalten soll, wenn die Nuke gedropt wurde. Das klingt alles so unglaublich heavy, aber es ist die Wahrheit. Die, äh, sagen einem da... Das ist der absolute Wahnsinn, was aktuell abgeht. Es ist dermaßen krank, was aktuell abgeht, aber gut, ja. Also, da sind dann so Tipps drin, wie, mach einen Lappen nass und tu ihn unter deine Haustür, damit nicht die radioaktiv verseuchte Luft reinkommt. Solche Sachen stehen da drin. Wow, alter Schwede. Hast du mitbekommen, was in New York los war? Äh, glaub nicht. Hat irgendeine Vertreterin der Regierung, der Bevölkerung erklärt, auch per, ich glaube, YouTube-Video, was sie denn zu machen habe. Und da waren auch so Tipps bei wie, geh ins Gebäudeinnere, also möglichst, also gar keinen Fall an die Fenster stellen. Wenn du über mehrere Räume verfügst, dann den, der am weitesten entfernt ist von der Außenwand, die Fenster mit geschlossen halten und weitere Tipps dieser Art. Und das Ganze beendete sie mit, ähm, ich glaube, we can do it, New York, oder so ähnlich. Alter, alter, we can do it, wir können genuket werden, wir schaffen das, wir schaffen das, Teil 2 von wir schaffen das wird, ne sch*** Atombombe wird auf uns draufgeworfen. Ja, offensichtlich rechnet man damit, dass es passieren könnte. Alter, wir schaffen das, we can do it. Nochmal, das war ne offizielle, ich nenn's jetzt mal ne Kampagne, kann sein, dass die Kampagne aus einem Video bestand, das ist ne ganz offizielle Sache der New Yorker Regierung gewesen. Ja, die Leute mal darauf vorzubereiten, mit, also, was ich gerade hier erzählt habe, das war somit der beste Tipp, den sie gegeben hat. Ja, der Rest war nicht, geht in Luftschutzbunker, aber es gibt doch keine. Also an dem Punkt vielleicht auch nochmal, an dem Punkt vielleicht auch nochmal als Frage an die Zuschauer, die wir haben, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die halt immer sagen, ja, aber Russland ist halt so böse, wir müssen da richtig reinmeddeln und so weiter mit Sanktionen und so. Wenn wir an diesem Punkt sind, dass offenbar die Offiziellen von New York und in Russland es für realistisch halten, dass eine Atombombe bald einschlägt, könnte man vielleicht mal so ein bisschen deeskalieren? Also könnte es vielleicht Zeit sein? Ich weiß nicht, mir scheint es so ein bisschen, als wäre Zeit, mal ein bisschen Druck vom Kessel hier zu nehmen. Ich verlinke euch das Video jetzt hier im Live-Chat, ganz kurz, wer das sehen möchte, zum Beispiel zu finden auf YouTube, wohlgemerkt, bei The Telegraph, New York Nuclear PSA, also Public Service Announcement, PSA tells citizens what to do in case of an attack. Es ist tatsächlich ernst gemeint. Ich schicke euch das nochmal in den Live-Chat. Scheiße, Alter. Okay, auf jeden Fall gibt's auch, wenn wir über Deeskalation reden, gute Neuigkeiten. Der EU geht nämlich das Geld aus, um die Ukraine zu unterstützen. Die haben so einen Fonds da gemacht mit 5,7 Milliarden Euro drinne und der ist langsam alle, also werden wir wahrscheinlich bald nochmal etwas gemolken, was sich schwierig gestalten wird, weil wir sowieso schon quasi leer gemolken sind. Ähm. Ja. Krasser Themenumbruch, ein amerikanischer Bodybuilder hatte vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren, äh, ein Statement gebracht nach seiner Impfung, da hat er ja gesagt, auf Deutsch übersetzt, all die von euch, die denken, dass die Impfung Leute umbringt, können mich als Testobjekt benutzen. Wenn ich sterbe, hattet ihr Recht, wenn ich nicht sterbe und keine Folgenschäden erleide, hattet ihr Unrecht und solltet es zugeben. Äh, und er ist tot. Ja, man muss dazu sagen, der Typ war 62, hat aber den Körper eines 32-jährigen Gottes und war, soweit bekannt, bei bester Gesundheit und fit ohne Ende. Er achtet natürlich auf Ernährung und so weiter, weil sonst siehst du so nicht aus und der ist jetzt tot, ja. Dazu, wo wir schon beim Thema Bratwurst sind, wollte ich auch noch darauf hinweisen, dieser Screenshot hier ist von mir, von gestern Abend, dass, wenn ihr seit der Impfung bei Google eingebt, es vervollständigt wird zu, seit der Impfung fühlen wir uns schlecht, seit der Impfung ständig krank, seit der Impfung immer müde, seit der Impfung immer krank, seit der Impfung ständig erkältet, seit der Impfung geht es mir schlecht, seit der Impfung Kopfschmerzen, seit der Impfung Husten, seit der Impfung Schmerzen im Arm und, ja, so Sachen wie, seit der Impfung ist der Arm abgefallen, seit der Impfung habe ich drei Augen, seit der Impfung ist mein Schniedelwurz abgefallen, äh, halt solche Sachen, ne. Die letzten drei habe ich mir ausgedacht, aber die würden noch in diese Kette passen. Äh, die ersten, alle anderen waren echt, also die sehen wir hier gerade eingeblendet, dazu vervollständigt sich das automatisch, weil die Leute offenbar danach so oft suchen. Das bedeutet gar nichts. Ne, äh, wenn ihr das euren Lieben, die sich möglicherweise impfen wollen oder so schicken wollt, dann macht besser schnell, weil das werden die bald beheben, ne. Was da steht mit, äh, unangemessene Such, äh, Ergebnisse oder Vervollständigungen melden, äh, das steht ja eigentlich zum Spaß, das steht ja genau wegen Sonnenkram. Genau. Und in Australien, beziehungsweise an der Küste von Australien, wurde ein Hai gefunden, der eine Art Grinsen auf den Lippen hat, das einem Menschen ähnelt. Großartig. Großartig. Die Spannung steigt wie immer. Und diese Woche ist das Land der Woche die gute alte Südafrika. Warte, 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 ich, warte, 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 Schlummo, ich hab die Musik noch nicht. Achso, hier, genau, jetzt, jetzt bin ich bereit. So, bitte, jetzt verkünde mal, Schlummo. Und diese Woche ist das Land der Woche das gute alte Südafrika. Was? Also auf jeden Fall verdienst, Schlummo. Klär uns auf. Elon Musk hatte ja mehrere völkerrechtswidrige Angriffstweets abgeschickt gegen die Ukraine. Er hatte einmal gefordert oder den Vorschlag unterbreitet, dass man nochmal unter UN-Aufsicht diese Wahlen da wiederholen könnte im Donbass und dann würden sich beide Seiten daran halten und dass die Krim als Teil von Russland attackiert, äh, attackiert, äh, folger Versprecher, äh, akzeptiert wird und dass die Wasserversorgung der Krim sichergestellt wird und die Ukraine neutral bleibt und dann hätte man Frieden. Woraufhin halt ein großer Krieg da entstanden ist. Er hat ja allgemein offenbar eine etwas abweichende Meinung von dem, was, äh, ja, die meisten beziehungsweise unsere Medien so denken zu diesem Krieg. Er sieht das nicht so schwarz und weiß. Er hatte dann auch, wie gesagt, diese Karte hier von der Wahl 2012 gepostet. Wo man sieht, dass die pro-russische Partei in diesem Jahr 2012, was sich gewandelt hat seitdem, aber da noch die Hälfte des Landes beherrschte, ne? Also die Hälfte des Landes könnte sich möglicherweise abspalten nach der Wahl damals, wenn man halt wählt, werden wir Teil von Russland. Ähm, und es schien so, ich weiß nicht, war das auch Kasper, um Druck auszuüben, dass man sich mal ein paar Gedanken macht über seine Forderungen, was er da mit Starlink angedroht hat? Nochmal. Er hat ja gesagt, dass er nicht mehr bereit wäre. Achso, ne, 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 soweit ich weiß, hat er ja tatsächlich das Pentagon angeschrieben und gesagt, so Leute, wie sieht's denn aus? Wollt ihr jetzt nicht mal anfangen zu zahlen für die Scheiße, die ich da umsonst zur Verfügung stelle? Ist auch lustig, dass er das Pent... Also bei der Kosten in Höhe von 20 Millionen pro Monat. Ja, insgesamt 100 Millionen. Ist auch lustig, dass er dann das Pentagon anschreibt. Ich meine, es war ja vollkommen lächerlich, dass die Russen gesagt haben, sie wären hier in einem Krieg mit der NATO. Und trotzdem schreibt man dann das Pentagon an, ob die das nicht vielleicht zahlen können. Naja, er hat sich jetzt auf jeden Fall doch dafür entschieden, das zu zahlen in einem Handstreichartigen Move. Das bedeutet, er wird insgesamt 100 Millionen Euro ausgeben für diese Geschichte. Das Starlink-Netzwerk, für die Leute, die das nicht wissen, das ist halt sein Internet-Ding da mit den eigenen Satelliten. Und wird massiv von der Ukraine benutzt für ihre militärischen Tätigkeiten da. Also das wird immer wieder betont, auch in der Presse, wie unglaublich wichtig dieses Starlink-Ding da für sie ist. Ja, aber auch von der Ukraine können wir noch einige Sachen lernen. Zum Beispiel könnte man sich mal angucken, was denn da so in deren Verfassung steht. Das wäre ja vielleicht eine gute Idee, sowas hier auch zu implementieren. Ich denke halt in Sachen Demokratie und Menschlichkeit und so haben die uns da einiges voraus. Also ist ein ernst gemeinter Vorschlag. Ich würde es unterschreiben, wenn wir das, was ich jetzt vorlese, genau so in die deutsche Verfassung integrieren. Artikel 16. Die Gewährleistung der ökologischen Sicherheit und des ökologischen Gleichgewichts auf dem Territorium der Ukraine. Die Überwindung der Folgen der Tschernobyl-Katastrophe. Das müssen wir bei uns jetzt nicht unbedingt machen. Eine Katastrophe von weltweitem Ausmaß. Die Erhaltung des Genpools des ukrainischen Volkes ist eine Pflicht des Staates. Alter. Alter. Also vielleicht können wir hier, wir wissen ja, das ist ja die große Demokratie und Menschlichkeit und Weltoffenheit und so weiter da. Vielleicht können wir hier auch mal drüber nachdenken, ob wir auch so weltoffen werden wollen wie die. Und wir müssen noch unsere Soldaten schwul machen. Das haben wir, glaube ich, etwas vernachlässigt. Auch Schweden wollte ich noch kurz erwähnen. Die haben nämlich jetzt ihre Kampagne da gemacht. We don't always march straight. Mit so einem Soldaten, der so Regenbogenschminke im Gesicht hat. Und damit wollen sie halt zeigen, dass ihre Streitkräfte alle schwul sind. Ja. Großartig. Großartig. Auch ein verdienter, was ist das, ein Trostpreis oder was? Genau, Trostpreis. Hammer. Und das wäre das Land der Woche und ich glaube, dann kommt Stokowski, ne? Genau. Dann kommt jetzt der Maugorzata Stokowski, besser bekannt unter ihrem eingedeutschten Namen Margarete Stokowski. Die ist 1996 in der Nähe von Krakau geboren und zog dann mit ihren Elternswehre später ins Scheißloch Berlin. Lauf, 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 ne Mauer um das Scheißloch Berlin. Dann hat sie irgendeinen Scheiß an der HU in Berlin studiert, schrieb dort für die Studentenzeitung, landete anschließend bei dem linksesoterischen Drecksblatt Taz. Und seit 2015 schreibt sie die Online-Kolumne oben oder unten, jetzt habe ich den genauen Namen vergessen, so oder so ähnlich heißt sie zumindest, ist für das linksesoterische Drecksblatt und Stummgeschütz der Demokratie der Spiegel. Stokowski verteidigt selbstverständlich auch gewalttätige Gruppen politischer Natur, die nicht nur einigen Menschen das Leben schwer machen, sondern gerne auch mal den einen oder anderen Straßenzug in Schutt und Asche legen. Und die verteidigt sie mit den üblichen Argumenten. Die machen aber voll viel so Bildungsarbeit und informieren die Leute und so. Also ohne Witz jetzt, das ist ihr Argument. Also wenn authentisch Geisteskranke in Berlin skandieren, gebt dem Bullen, was er braucht, neun Millimeter in den Bauch oder zwölf Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet werden, weil dasselbe Gesocks letztendlich Pflastersteine vorm Hausdach auf Polizisten wirft, dann lautet Stokowskis Gegenargument, aber die machen Bildungsarbeit. Das klingt dermaßen hohl, dass ich das mal lieber vorlese, sonst glaubt mir das am Ende keiner. Schlummo, blendet euch den Artikel dazu ein. Wer die Antifa mit einigen wenigen Schlägern gleichsetzt und als Staatsfeind bezeichnet, macht es sich nicht nur sehr einfach, sondern macht es vor allem falsch. Die Antifa leistet in Deutschland einen ganzen Haufen Bildungs-, Informations- und Mobilisierungsarbeit, die dazu beiträgt, dass es in diesem Land nicht noch düsterer wird. Und wer all das ausblendet, hat entweder schäbig recherchiert oder will es nicht besser wissen. ACAB, all cops are bastards. Also alle Polizisten sind Bastarde, ein Motto, welches Frau Stokowski unterschreibt. So hat sie dieses extrem verallgemeinende und dazu auch noch falsche Statement auf einem ihrer Feuerzeuge zu stehen, welches sie ganz stolz vor einigen Wochen auf ihrer Instagram-Seite präsentierte. Dazu schrieb sie, ich denke heute Abend werde ich mal eine Duftkerze anzünden. Es ging also in dem Post darum, der Welt mitzuteilen, dass Polizisten dreckiger Abschaum sind und um nichts anderes. Die fühlen sich noch immer so edgy dabei, ne? So, ja, guck mal, radikale Botschaft. Vielleicht zühle ich mir eine Kerze an. Voll krass, Alter. Das kann halt alles nicht mehr edgy sein bei denen. Was edgy wäre, wäre, wenn die einem Polizisten den Kopf abgeschlagen hätte und den auf diesem Tisch am Stehen hätte und sich dann sagen würde, keine Ahnung, ich denke, ich mache mir heute irgendwie immer so einen Kopf. Das wäre edgy. Aber darunter ist nichts mehr edgy, weil die Linken so viele Grenzen überschritten haben, sie können nicht mehr edgy sein. Ja, schwerste psychische Probleme. Die offenbaren sich bei Frau Stokowski aber auch an anderer Stelle. So ist sie eine Zeugin Coronas, wie sie im Buche stehen. Eine Impfung zu erhalten erfüllt sie mit so viel Selbstwertgefühl, dass sie ebenfalls auf Instagram alle daran teilhaben lässt. Was ganz witzig ist, weil sie dabei die Falschinformationen verbreitet. Korrektiv. Wo seid ihr, wenn man euch braucht? Die Falschinformationen kommt gleich. Da hat sie nämlich geschrieben, zweiter Schluck drinnen. In zwei Wochen lecke ich euch die Nase. Wem leckt sie die Nase? Natürlich nur denen, die man nicht gefährdet. Und seit dieser Woche wissen wir dank eines holländischen EU-Abgeordneten, dass ein behaupteter Fremdschutz nie, zu keinem Zeitpunkt, auf wissenschaftlichen Füßen stand. Das Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Film ab. Was the Pfizer-Covid-Vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market. Deshalb bitte ich all diejenigen, die noch unsicher sind, lassen Sie sich impfen. Wir haben das große Glück, ein Mittel gefunden zu haben, mit dem wir uns selbst und andere schützen können. Damit auch diejenigen geschützt sind, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Meine Bitte ist, zeigen Sie Verantwortung für sich und für andere. Lassen Sie sich impfen. Wir müssen dringend dafür sorgen, zu identifizieren, wer ist noch ungeimpft. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften. Tyrannei? Ja, ich benutze bewusst den Begriff der Tyrannei. Man könnte die Pensionszahlung, die Rentenzahlung oder eben den Zutritt zum Arbeitsplatz abhängig machen von der Vorlage eines Impfnachweises. Der Ungeimpfte gefährdet auch andere, indem er sie einfach ansteckt. Ja, das muss man einfach sehen. Insofern ist es nicht mehr Privatangelegenheit, sonst würden wir das ja alles gar nicht machen. And I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping humanization before it's entering the market? No. These, you know, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Regarding the question around, did we know about stopping humanization before it's entering the market? No. Ja, was heißt das jetzt für alle, die ihre Nase von Stokowski abgeleckt wurden? Ihr habt wahrscheinlich Space Aids. Herzlichen Wunsch. Auch die dritte Impfung, ihren Booster, hat sich die Mitte 30-jährige Stokowski so früh wie möglich abgeholt und anschließend zur Steigerung des Selbstwertgefühls davon Ende November 2021 ein Foto auf Instagram gepostet. Alter, in drei Jahren und ich weiß nicht, 16 weiteren Impfungen isst diese Frau nur noch ein einziger Blutklumpen. Ja, die wandelnde Impfung. Und dann, einige Wochen später, immer noch Mitte 30 und dreimal geimpft, dreimal! Innerhalb von, wenn ich das anhand ihrer Selfies korrekt kalkuliere, dann ist Margarete Stokowski innerhalb von vier Monaten dreimal geimpft worden. Na gut, und was passierte? Wenige Wochen nach ihrer dritten Impfung mit einem sehr guten Impfstoff, sie fingen sich Corona ein. Aber nicht nur das, sie will außerdem an Long-Covid leiden, das weiß sie. Ah, ja, 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 ja. Die Impfungen haben da nichts mit zu tun, ja, ja. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, aber dazu kommen wir noch. Sie weiß aber erst mal, dass sie an Long-Covid leidet, weil sie sagt, dass sie an Long-Covid leidet. Und deshalb ist das so. Also sie fühlt sich sch***. Das ist der Punkt. Nee, also ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, die hat Kopfschmerzen und Brainfog und allen möglichen Scheiß, aber ich glaube, das ist gleich im Video noch zu sehen. Also ich zweifle nicht bei, dass sie diese Erkrankungen hat, aber wir kommen gleich zu einer möglichen Ursache. Jedenfalls ist sie jetzt dank ihrer Erkrankung, also Long-Covid, wohlgemerkt nicht Covid, sondern Long-Covid, zum Posterboy von Lauterbachs neuer Kampagne geworden. Die Kampagne wohlgemerkt, die möchte, dass ihr euch alle schön weiter impfen lasst. Und das sieht dann unter anderem so aus. Ja, hallo. Mein Name ist Margarete Stukowski. Ich bin hier heute das Abschreckungsbeispiel für Long-Covid. Normalerweise bin ich Autorin, beziehungsweise ich war es vorher. Meine Infektion war im Januar. Ich war dreimal geimpft. Also ich war ziemlich frisch geboostert und seitdem bin ich krank. Also ich frage oft Leute, bist du eigentlich noch so müde? Müde ist echt nicht mein Problem. Ich schlafe oft 14 Stunden oder so. Ich habe andere Symptome. Oder Leute setzen Long-Covid quasi mit so einer Art Burn-out oder Depression oder so gleich. Beides habe ich nicht. Oder haben so Vorstellungen, dass man so eine verdiente Auszeit irgendwie hat durch so eine Long-Covid-Ankrankung. Und das trifft halt alles nicht zu. Das ist alles ziemlicher Quatsch. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt diese Diskussion gibt über ob die Massenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt wird. Und ich hoffe, dass das passiert. Wobei Grüße auch da von mir. Ich habe mich draußen angesteckt. Und also ich bin sehr, sehr sicher in welchem Moment das war. Und das war draußen. Sie sagen ja, dass Sie mehrfach geimpft sind. Also auch geboren, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie erklären Sie sich, dass Sie trotzdem so derartig erkrankt sind? Und gleichzeitig werben Sie auch für Impfungen. Haben Sie da nicht auch einen Zweifel, dass das möglicherweise nicht so geschützt hat, wie Sie sich das erhofft haben? Weil Sie ja trotz Impfung schwer erkrankt sind. Ja. Wie erkläre ich mir das? Keine Ahnung. Kann ich mir nicht erklären. Ich war vorher einigermaßen gesund. Also das, weswegen ich in Behandlung war, spielt keine Rolle. Sowas wie Schilddrüsen, Tabletten, das nehmen viele Frauen in meinem Alter. Und hatte keine relevanten Vorerkrankungen. Klar hätte ich mir gewünscht, dass die Impfung mich davor schützt. Aber ich würde trotzdem allen Leuten raten, sich impfen zu lassen, weil ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Wir haben also gerade zum einen gehört, dass es wohl Leute gäbe, die Long-Covid mit einem Burnout oder einer Depression gleichsetzen würden. Beides habe sie nicht. Dazu möchte ich eine Stelle aus Ihrer Kolumne vom Dezember 2020 zitieren. Denn viele Menschen, die Jahre oder Jahrzehnte lange Erfahrung im Umgang mit Depressionen haben, ich gehöre dazu, verfügen über ein ziemlich großes Repertoire an Fähigkeiten, die man einsetzen kann, wenn man das Gefühl hat, dass eigentlich gar nichts mehr geht. Die Erwiderung, beides habe ich nicht, auf die Aussage, dass es Leute gäbe, die Long-Covid mit Burnout oder Depressionen gleichsetzen, war also eine glatte Lüge, denn doch vor zwei Jahren hat sie sich selbst zu den Leuten gezählt, die eine, ich zitiere, Jahre oder Jahrzehnte lange Erfahrung im Umgang mit Depressionen haben. Gibt es eigentlich eine einzige von denen, die gesund im Kopf sind und glücklich sind? Also gibt es eine von denen, die dann mal so Artikel über ihr Leben schreibt, die dann, wo da irgendwie drinsteht, ja, alles super, hier glückliches Familienleben und so weiter, Idylle, ich bin glücklich, macht es doch auch so? Oder sind die halt alle so? Also wenn, dann extrem selten. Also das sind schon Zufälle, die sich da häufen, was sowas betrifft. Oh ja. Dann wurde sie in dem Video gefragt, ob es denn nicht auch einen, ob sie denn nicht auch einen Zweifel hätte, was die Impfungen betrifft. Schließlich hat sie ja wirklich das Maximum an Impfungen empfangen und ist dann Wochen später trotzdem schwer an Long-Covid erkrankt. Ihre Antwort, das könne sie sich nicht erklären, aber sie würde trotzdem allen Leuten raten, sich impfen zu lassen, weil, ich zitiere erneut, ich weiß nicht, wie ich es mir ergangen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Und da muss ich dann Frau Schorkowski ausnahmsweise mal zustimmen, sie weiß natürlich in der Tat nicht, wie es ihr ergangen wäre, wenn sie nicht geimpft gewesen wäre. Ich weiß das jedenfalls nicht, aber wieso empfiehlt sie dann die Impfung? Sie selber erzählt bei dieser Pressekonferenz, dass ihre Symptome mild waren. Also, um das jetzt mal kurz zu machen, was genau haben die drei Impfungen im Verlauf von vier Monaten Positives bewirkt? Und woher weiß sie um diese positive Wirkung, von der sie offenbar überzeugt ist, sonst hätte sie diesen Impfstoff nicht empfohlen? Und die Bonusfrage wäre, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das vorher rauszusuchen, von daher klärt mich in der Kommentarsektion auf, was unterscheidet Long-Covid, also eine psychische Erkrankung, die der Covid-Infektion geschuldet ist, von Post-Vac, einer psychischen Erkrankung, die der Impfung geschuldet ist? Gute Frage. Oder anders ausgedrückt, und die Frage ist ziemlich simpel, woher weiß Frau Stockowski, dass sie ganz sicher an Long-Covid leidet, aber ganz sicher nicht an Post-Vac? Long-Impfung. Ja. Lauterbach, also Werbe, also Kampagne, also man stellt sich mal vor... Mir war sofort klar, wenn ich also hier den... Stell man sich vor... Genau. Lauterbachs neue... Klinik Simens. Klinik Simens. Ich gehe auch viel in Klinik. Lauterbachs neue Arzneimittelhersteller, Werbekampagne, trägt den Namen Ich schütze mich, und dabei werden solche Hochkaräter wie dieser hier publiziert. Ich schütze mich, weil ich in Quarantäne kein Leben retten kann. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammengegencorona.de Das war eins von bisher drei Videos auf der YouTube-Seite des Bundesministeriums für Gesundheit. Die Kommentarfunktion ist selbstverständlich deaktiviert worden und das Video, was ihr gerade gesehen habt, geht 21 Sekunden und hat, nachdem es gestern online gestellt wurde, insgesamt 610 Aufrufe. Ich weiß nicht, was man für die Kampagne sonst noch so produziert hat. Gehen wir mal davon aus, dass es 100 Mal so viel ist, wie ihr gerade gesehen habt. Was glaubt ihr, wie teuer Lauterbachs Kampagne Ich schütze mich geworden ist? Schlomo, was meddelt man für so eine Kampagne raus? Nenn mal irgendeine Zahl. Oha, fuck. Ja gut, das wird jetzt viel sein. Okay, ich sag jetzt einfach mal eine Million, also das ist sehr hoch geschätzt, aber ich sag's trotzdem einfach mal. Alles klar, ich zitiere aus Tichis Einblick, für die Mut- und Mitmach-Impfkampagne Ich schütze mich, weil ihren Start für Mitte Oktober 2022 vorgesehen ist, sowie für die geplante Aufklärungskampagne zur Grippeimpfung sind Kosten in Höhe von 79 Millionen, 309.866,50 Euro kalkuliert. Und wo, also wo geht das rein? Wo, also die stecken sich das doch einfach in die eigene Tasche und am Ende macht irgendein halt, keine Ahnung, Medienfuzzi da so ein paar Spots. Ja, ja, dann wünsche ich zum Abschluss der Frau Storkowski und dem deutschen Steuerzahler gleichermaßen eine gute Besserung. Storkowski hat übrigens vorletztes Jahr im Oktober geschrieben, darf man sich freuen, wenn Trump Corona hat? Äh, nein. Man muss. In deren Kopf, wie gesagt, eine tödliche Krankheit, vor allem damals noch, ne? Also viele von denen, ich weiß noch, bei den Young Turks, die haben das offen ausgesprochen. Die haben gesagt, was ist, wenn er stirbt? Was ist, wenn er stirbt? Und die haben das halt so flatterhaft, äh, freudig gesagt, ne? Mhm, mhm. Ja, den Tweet hat sie zwischenzeitlich natürlich gelöscht und ich betone es nochmal, wir wünschen eine gute Besserung, nicht nur was Long Covid betrifft. Und jetzt erzählt euch Stummo, glaube ich, was über Österreich. Ja, das habe ich vor. Ich will aber, da wir gerade schon bei Lauterbach waren, erstmal noch eins meiner Memes der Woche hier loswerden. Und zwar gab es ein lustiges Video von, äh, Habeck, wo zusammengeschnitten wurde, wie er so am Stammeln ist. Ähm, ich find's ganz funny. Also da steckt kein tiefere Botschaft drin, ist einfach nur, Habeck kann nicht reden. Die Gefahr begann, be, be, ge, gebannt. Be, be, wie heißt das? für die Finanzfinanzierung. Der Gegnerstummo? Kohl, 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 Kommuniké. Nein, brauchen wir immer noch, wie soll ich sagen? Äh, die, 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 als ich das gehört habe, habe ich gedacht, jetzt bin ich in der Comedy-Sendung gelandet. I mean, personally. Ja, ich hoffe, auch wenn wir da jetzt aus Versehen ein klein bisschen drüber gequatscht haben, war das verständlich, beziehungsweise nicht verständlich. Es war verständlich, wie unverständlich es war. Und damit käme ich dann zu Österreich. In Österreich sind die Zahlen der Asylanten wieder massiv angestiegen. Also Asylanten ist hier ein Euphemismus. Wir reden über illegale Grenzübertritte. Jetzt werden da auch wieder Zelte aufgestellt, was halt erinnert an schlimmste Zeiten, an 2015. Pro Tag kommen da 400 Leute rein. Insgesamt sind 55.000 Leute im laufenden Jahr da reingekommen. Also das eskaliert wieder richtig. Und wenn man sich das mal auf einer Grafik anguckt, dann sieht das so aus. Also die illegalen Grenzübertritte oben, die festgenommenen Schlepper unten. Das kann natürlich auch daran liegen, ich weiß nicht, 2015 war das schon FPÖ-Regierung. Also noch war es auf jeden Fall FPÖ-Regierung. Ich glaube, der Putsch hat stattgefunden, was im Jahr 2018 oder so. Aber vielleicht lag dann auch, dass damals so viele Schlepper aufgegriffen wurden, daran, dass damals auch ein politisches Interesse, also 2015, daran bestanden hat, diese Schlepper irgendwie an ihrer Arbeit, in Anführungszeichen, da zu hindern. Und jetzt halt nicht mehr, auch wenn die Zahlen der Schlepper auch wieder hochgehen. Aber die illegalen Grenzübertritte selber, wir sehen, das ist halt angestiegen von 2011, erst mal so leicht bis 2014. Und dann halt diese starke Zunahme ab 2014 bis 2015. Dann halt wuuuuh. Dann wieder eine Abnahme dieser Grenzübertritte auf damals 94.000. So hoch ist es gekommen. Abnahme auf wieder 19.000. Und dann jetzt die letzten zwei Jahre über etwas langsam wieder im Grunde derselbe Anstieg. Hier wieder wuuuuh, zack. Jetzt auf 86.900. Das ist ein ähnliches Niveau. Das ist passende Musik gerade gefunden, Schlummo. Die, nochmal bitte, was ist angestiegen? Die Zahlen sind? Also die illegalen Grenzübertritte sind jetzt wieder auf einem ähnlichen Niveau wie 2015. Jetzt auf 86.959. Man kennt das Meme, oder? Ich kenn das als Meme, ehrlich gesagt, nicht. Ich kenn diesen Song von vorher. Aber irgendwie war das passend. Ich weiß auch nicht. Das ist immer so bei, zum Beispiel bei irgendwelchen Grafen. In der Regel ist das diese, du kennst diese animierten Grafen. Da gibt's, wie heißt das? Stats are beautiful heißt das, glaube ich. Da ist halt immer, wenn sich diese Grafen gegenseitig überbieten wollen, dann kommt immer dieses wunderschöne Lied Déjà-vu von dem Manga- oder Anime-Verzeihung, Initial D. Ich dachte, du wirst quasi einfach nur signalisieren, wie das so aufgenommen würde, sagen wir irgendwie auf dem Betriebsessen der Öffentlich-Rechtlichen oder so. Würde auch passen. Ja, im Grunde genommen war es das schon mit Österreich. Ich hab nur noch so einen kleinen Fun-Fact. Und zwar hat eine Frau, also die Zustände sind da heftig, teilweise versteckt sich die österreichische Bevölkerung schon vor denen, weil die halt da marodieren und gewalttätig sind wie F*** und so weiter. Und eine Frau, das als lustige Anekdote, hat dann irgendwann einen Migranten in ihrem Garten gefunden, der da eine ihrer Weintrauben genascht hat. Also das sind momentan die Zustände in Österreich. Ja, geil, schön. Das will doch jeder mal erleben. Ja, dann hab ich im Endeffekt nur noch ein kleines Meme. Das ist jetzt eigentlich ein Themenwechsel, aber ich fand's ganz lustig, hab's heute gesehen. Wir sehen hier die, ich weiß nicht, Azteken oder irgendwas, irgend so ein südamerikanisches Ureinwohnervolk, die gerade jemandem lebendig auf so einem Opferungstisch das Herz rausschneiden und dann nach rechts gucken, wo halt die Kreuzzügler kommen, die halt vollkommen schockiert davon sind. Also halt die Spanier irgendwie mit ihren Kreuzen und so weiter. Und zu denen sagen die dann so, oh look, here comes the far right. Also er, guck, da kommen wieder die Rechtsextremen. Ja. Die Leute hatten damals schon dieselben Sorgen wie heute, während sie da Opferrituale vollzogen haben. Sehr schön. So ein bisschen ist es ja so, so ein bisschen gleicht es auch der heutigen Zeit, wo die halt immer irgendeinen abgef***testen Scheiß machen und dann halt alle, die irgendwie dagegen sind als rechtsextremen Brandmarken. Ja, ich hab diese Woche, was mir sehr leid tut, leider keine Clown World 3. Gut, andererseits, wir haben schon, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden voll. Also ihr habt zumindest noch zeitlich bekommen, was ihr verdient. Ich bin noch nicht fertig. Ach so. Also schon Video-Quickies. Alter, Video-Quickies. Stimmt. So ist es. Und wir steigen auch direkt stark ein. Heidelinde Weiß, österreichische Schauspielerin und Sängerin, die war am Freitag beim WDR-Format Kölner Treff zu Gast. Und in der öffentlich-rechtlichen Sendung, die ihr mit euren Gebührengeldern bezahlen musstet, ging es dann irgendwann auch um Corona beziehungsweise um diejenigen, die es sich gewagt haben, im Zusammenhang mit der Impfpflicht zu demonstrieren. Und ich persönlich, ja, ich würde der Frau Weiß gerne mal die Brille aus ihrem Antlitz prügeln. Und wieso ich davon ausgehe, dass ich hier so eine Aussage tätigen kann, ohne dass das irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen hätte? Das seht ihr jetzt. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung. Und ich kann sagen, sie sind wirklich zu prügeln, diese Menschen. Ja. Und dann passieren so ein bisschen... Wir haben ja eben... Ja, sympathische Frau. Was mich da meistens schockiert, ist, dass dieses Abschaumpublikum für so eine Aussage noch applaudiert. Wir bleiben beim Themenkomplex Corona-Maßnahmen-Doppelmoral. Der Bundespräsident der CDU, also, das sage ich nicht, weil ich nicht weiß, dass der Mann von der SPD ist, sondern weil die CDU genau diesen SPD-Mann als Bundespräsidenten ja haben wollte. Er hat sich letzte Woche aufgemacht ins schöne Neustrelitz. Da ist er ganz vorbildlich mit dem Zug hingefahren und hat die Zeit direkt für ein Fotoshooting und ein dämliches Instagram-Video genutzt. Und unsere Zuschauer sind jetzt angehalten, mal den Fehler im Video zu erkennen. Neustrelitz, kleine Stadt mit großer Geschichte. Dahin sind wir unterwegs und ich freue mich drauf. Und wir beginnen gleich mit Jugendlichen, die uns ihre Stadt zeigen. Und dann geht es weiter mit vielen Gesprächen, politische darunter, natürlich mit der Stadtverordnetenversammlung, mit dem Bürgermeister, aber mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern, mal beim Stadtrundgang, mal beim Marktgang. Kerstin Gammelin, habe ich zum ersten Mal gehört, die Sprecherin des Bundespräsidenten, hat dann diesen scheinbaren Regelbruch sauber weggetweetet. Steinmeier habe die Maske die ganze Zeit getragen und sie nur für dieses inerzlose Videostatement und ein Fotoshooting abgenommen. Ja, ja, ja. Wenn ihr euch jetzt wundert... Das häuft sich so sehr, ne? Das häuft sich so sehr. Also im Flugzeug, ja bei dem einen Flug halt. Dann bei diesem Auftritt, ja nur beim Auftritt, sonst hat er eine Maske an, ne? Du, der Punkt ist ja der, selbst wenn, also die Frage bleibt ja die, warum müsst ihr, wenn ihr jetzt ein kurzes TikTok-Video ohne Maske aufnehmt, mit einem Bußgeld oder mit einem Rauspuff aus dem Zug rechnen, und für ihn ist das halt völlig okay, also du kannst doch nicht mal kurz für ein Video deine Maske abnehmen. Also die Regel gilt für mich, dann gilt die Bitte auch für unseren Herrn Bundespräsidenten. Das ist wahr, ja. Dann haben wir den... Das ist halt eigentlich ein Merkmal, wenn man ganz ehrlich sein will, von einer tyrannischen Regierung. Regeln erlassen, die man selber für komplett absurd erachtet und an die man selber nicht im Traum denken würde, sich dran zu halten. Ja. Ja. Gut, dann der Gender-Furz der Woche, vorgetragen von einer Phoenix-Moderatorin. Ich war zu voll, die Namen zu recherchieren. So sieht auf jeden Fall Gendern am Limit aus. So, das ist jetzt einigermaßen komplex, wie die Kommission sich das erdacht hat. Wir wollen Ihnen noch einmal genauer sagen, wie denn die Sachverständigen und Sachverständiginnen zu diesem Ratschlag gekommen sind. Das war eine wirklich hartes Stück Arbeit, was am Wochenende stattgefunden hat. Und zuletzt die kleine Greta Stummo hat es schon angesprochen. Greta hat sich diese Woche im Interview mit Maischberger folgende Unverschämtheit erlaubt. Ja, ein schöner Moment mal wieder darauf hinzuweisen, dass wir hier bei quasi jedem Sachverhalt inklusive der Zuwanderung die Mehrheitsmeinung der deutschen Bevölkerung vertreten. Bei Civi gab es von Freitag bis gestern eine Online-Umfrage mit folgender Fragestellung. Inwiefern stimmen Sie Klimaaktivistin Greta Thunberg zu, dass in der Energiekrise länger auf Atomkraft als auf Kohlekraft gesetzt werden sollte? Und das repräsentative Ergebnis eindeutig Ja sagen fast 60% und eher Ja fast 20%. Um es mal genauer zu machen, 76,5, mehr als drei Viertel sagen irgendwas zwischen Ja und eher Ja. Nein und eher Nein sagen übrigens insgesamt 15,9%. Der Rest war unentschlossen. Äh, hier wird gerade gefragt, ob du stumm bist. Scheiße. Äh, sorry Leute. Danke Live-Chat. Ja, vielen Dank Live-Chat. Den wir nie lesen. Wir lesen nur was Wer war der Erste? Ich möchte jetzt hier sogar Kudos vergeben an Kaidron M. War glaube ich der Erste, der da fragte, schlumme Stumm. Vielen Dank Kaidron M. Ich wollte hier nur noch mal betonen, wie grotesk das ist, dass Miss, die Welt geht gerade unter, weil wir so viel CO2 produzieren, die offensichtliche Lösung nur leicht schamhaft und sich aus der Nase ziehen lässt. Man würde ja eigentlich denken, dass sie kommen würde mit Ja, natürlich Atomstrom. Was ist los mit euch F***idioten? Natürlich Atomstrom. Alles voll mit Atomstrom. Die Welt geht doch gerade unter. Aber selbst in dieser Situation gerade, wo wir eigentlich in ihrem Kopf gerade den Weltuntergang 3000 Mal beschleunigen, weil wir wieder Kohlestrom machen und so weiter, äh, muss man ihr das aus der Nase ziehen und sie kommt damit halt so zaghaft. Sie schämt sich dafür fast ein bisschen, Weil sie halt weiß, dass das bei ihrer Klientel, die sie bedient, nicht richtig ankommt. Dann steht aber die Frage im Raum, Meint sie das wirklich ernst? Meint sie das wirklich ernst mit dem Weltuntergang? Oder ist das halt eher so ihr Ding, ne? Bisschen fragwürdig, ne? Ja. Ich meine, ich hab gerade, als ich gemutet war, äh, das Beispiel gebracht von, wenn ich bekannt bin als der Typ, der hier rumläuft und schreit in einer WG oder so, hey, unsere Badewanne läuft gleich über, unsere Badewanne läuft gleich über, gleich über. Und dann kommt jemand und fragt mich, sollen wir den Stöpsel rausziehen? Und ich sage, ja, wir können drüber nachdenken, den Stöpsel rauszuziehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber unsere Badewanne läuft über, unsere Badewanne, also, weißt du, so, das ist für mich ein Gleichnis dafür, wie Greta da ganz vorsichtig mal, ja, ein Zeh ins Wasser steckt. Ja. Das war's. Tja. Äh, nachfragen. Alle Kameras liefen. Alle glücklich damit. Dann kommen wir jetzt nämlich zu dem kleinen Auto, nachdem wir uns eure Superchats vornehmen. Äh, es muss ja auch noch ein bisschen abgezockt werden hier. Bis gleich.